Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wieder aufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert die Spoiler-frei, Ausgabe 147 mit mir, dem Max. Und dem Christian, der es gar nicht so einig hat. Und der Carly. Hallo, hallo, liebe Hörer und liebe Menschen hier neben mir. Max, ganz froh. Von Carly und mir, wir strahlen die Hose aus. Diese Standardbegrüßung. Wir könnten heute Lawrence of Arabia schauen, oder? Den haben wir schon gesehen heute hier draußen. Ach, tatsächlich? Nein, aber so wie das Wetter ist, ist das ja... Ja, es ist ein bisschen warm, aber es ist glücklicherweise noch nicht Wüsten. Es ist so ein bisschen 2001 Odyssean-Weltraum-Eröffnungsabteil. So heiß wie in der Wüste. Dafür gibt es ganz schön viele Menschen hier im Stadtpanorama. Aber habt ihr den apokalyptischen Rauch schon aufsteigen? Ja, haben wir auch gleich ins Handy eingetippt. Wo brennt es heute? Und es ist irgendwie eine Müllanlage oder so, oder ein Müllhaufen. So, also wer jetzt sozusagen das irgendwann in der undefinierten Zukunft hört, kann jetzt mal rausrecherchieren. Wann war Rostock so apokalyptisch, wüstenhaft, brände... Mit Rauchsäule, die übrigens hier direkt über euren Wohnort geht. Das ist total interessant. Ja, was machen wir denn heute, Max, an diesem schönen Tag? Worum gucken wir denn jetzt einen Film? Aus Prinzip, jetzt mal wieder Zeit. Nein, wir hatten uns ja mal so überlegt, dass wir mal ein bisschen in die Musical-Ecke gehen sollten, können, müssen. Und da gab es eine Person, die das ganz toll befürwortete. Ja, ganz tolle Idee, ganz tolle Idee. Genau, und dann ist der grobe Plan ja eigentlich, dass jeder quasi von uns dreien hier einen Film einbringt, der irgendwie in die Richtung Musical, Musikfilm, Film, wo Musik viel zu tun hat, einbringt. Und ja, ich habe mich dann relativ schnell darauf festgelegt, ich würde gerne irgendwie so in der deutschen Geschichte wieder rumwühlen wollen. Wir haben dann auch kurz das Weiße Rössel gestreift und ähnliche Wolfgangsee oder Wörthersee-Filmchen, bin dann aber noch ein bisschen weiter zurückgegangen, dazu kommen wir dann gleich. Ja, ich, also, du bist immer so schnell, ich, also, ja, nein, sagen wir mal schon mal, filmen wir alle so gut. Also, ich möchte auf jeden Fall ein Bob-Fosse-Musical hier reinschmeißen und habe mir jetzt erst mal das ausgesucht, das ich noch gar nicht gesehen habe. Ich dachte mir, ich kenne schon alles von Bob Fosse, der hat ja eine sehr überschaubare Filmografie. Und Sweet Charity, den kenne ich noch nicht, den hätte ich so auf dem Plan, bei dir, Carly? Ja, ich bin noch extrem unentschlossen, dadurch, dass es ja mein Lieblingsfilm-Genre ist, bin ich so toll überfordert, weil mir so viele Sachen auf einmal einfallen und ich ja nur eine Sache geben kann. Ach, schön, und ich sehe gerade, dass es unter dem Tisch, wo unser Podcast-Equipment liegt, liegen gerade alle Musicals, die hier im Haus haben. Längst nicht alle, das sind die, die... Nein, aber das ist schon beeindruckend. Es ist übrigens lustig, irgendwie war das heute so in der Luft. Mir war auch wichtig, auch die Bob-Fosse-Musical mitzunehmen. Ich zeige sie gerade, den anderen beiden. Cabaret und Chicago wohnen hier schon. Chicago ist es nicht. Es ist All That Jazz und das Sweet Charity, genau. Ja, Chicago ist ja tatsächlich auch nicht von Bob Fosse selber, aber natürlich die Bühnen-Performance, die ist von Bobby Boy. Ja, okay, du überlegst noch. Ich weiß noch nicht, ich bin natürlich erforderlich. Entweder der, die langweint mit Fred Astaire und Glassy Caron. Genau, was dann ja mehr in die Tanzfilme geht. Das ist mehr Fokus Tanz tatsächlich. Aber die singen auch oder singen dann wirklich nicht? Die singen auch, aber der Tanz ist dann mehr im Fokus. Wenn einer kurz mal singt, ist es für mich schon ein Müsik. Aber ich habe den auch noch nicht gesehen, deswegen, das ist so ein Risiko für mich. Dann habe ich überlegt, weil du es wie Charity gesagt hattest, dann könnten wir ja ähnlich in die Richtung gehen und dann bringe ich dir Gigi. Mhm. Den habe ich vor kurzem gesichtet und ich fand den nicht schlecht, aber ich dachte, würde ich darüber reden können. Sagen wir es so. Okay. Es gäbe was zu bereden, ja, alles klar. Und dann jetzt, weil das ist gerade schon hochgeholt, das ist immer für alle. Und was eventuell noch kaum auf dich zukommen könnte. Ja, und denk dran, Audiopodcast, wir müssen sagen, was wir sehen. Ja, ich muss es ja selber gucken. Ja, also ein riesen Schafeln wird hier gerade geblieben. Es sind bestimmt 20. Es wird hier sowas durchgeblättert wie Zauberer von Oz, La La Land, Drei Groschkofer, West Side Story. Der ist eine Verfilmung von der Zauberer von Oz. Ach ja. Kommt hier. Mit Michael Jackson. Oh ja. Als Motown, Jory Janker. The Wrist heißt der Film. Ja. Sehr umstritten, sehr umstritten, aber nicht unbedingt negativ. Das wäre meine Möglichkeit Nummer drei, die ich eventuell vorhin, also vor die Füße knallen werde. Das ist ja geil, dass ihr den ausgetrieben habt. Ja, danke. Ich sag das auch nicht. Also das ist mein engster Kreis aktuell. Zwischen den dreien wird irgendwas auf euch zukommen. Aber ich merke, da geht schon eine Tendenz in deine Richtung. Oh, sicher gerade erst Sidney Lumet. Und das ist der Punkt. Sidney Lumet, also Sidney Lumet gehört zu den Regisseuren, die ich sehr, sehr schätze. Wir hatten hier auch schon die zwölf Geschworenen von denen besprochen. Ach, das ist von dem Gleichen. Und Sidney Lumet macht, ja, ja. Aber wahrscheinlich nicht gleich. Also Sidney Lumet gehört zu diesen Leuten, die schon wirklich eine sehr beeindruckende Filmografie haben. Und das Letzte, woran ich gedacht hätte, ist, dass der A ein Musical gemacht hat und B mit Michael Jackson. Also wenn das jemand ist, sozusagen für die Filmgeschichte, dann ist er in der Schublade vielleicht Krimi, Thriller, vielleicht so der intellektuelle Krimi. Das ist eigentlich so Sidney Lumets Welt so. Und dann ist das manchmal auch ein kleiner Schlenker Richtung gesellschaftskritische, gibt auch viele Polizeigeschichten. Also ja, ich glaube, intellektueller Krimi trifft das vielleicht. Und dass der ein Musical macht, das finde ich richtig beeindruckend. Übrigens, einen ganz bekannten Sidney Lumet, den kennst du vielleicht auch, Carly, das ist die erste 70er-Jahre-Verfilmung von Mortem Orient Express. Das ist auch Sidney Lumet. Also der mit Sean Connery und so. Ich kenne nur den von das Buch. Ich habe noch nie den Film gesehen. Ich kenne nur das Buch. Ich habe da jetzt auch nur so spekuliert, weil meine Frau sich da so gut auskennt. Das ist bei allen Frauen so. Max, kennst du denn schon Mortem Express? Ich habe den letzten gesehen, den Kenneth Branagh-Film von denen. Also ich komme jetzt mal wieder zurück zu Musicals. Ich fand das jedenfalls so faszinierend, dass ich mir blind die DVD gekauft habe. Ich habe sowieso fast jeden Sidney Lumet-Film zu Hause stehen. Aber ich gebe ja auch mal zu, diese DVD steht da jetzt auch seit vielen Jahren. Ich glaube, das ist noch eine von den DVDs, wenn ich die aufmache, ist da noch der Kassenbogen drin. Das habe ich früher immer gemacht. Und dann würde ich darauf lesen, dass das bestimmt schon zehn Jahre her ist. Oder gar nicht mehr lesen können. Also ich bin mir nicht so sicher. Und ich kenne die Kontroverse auch, habe ich auch ein bisschen was von gelesen. Aber es klingt auch verdammt interessant. Das habe ich mir auch gedacht. Dann knallst du mal irgendwie einen rein. Weil ich habe gesagt, in diesem klassischen hast du ja sozusagen, von der Musik her jetzt, nicht von der Handlung her, da haben wir ja tatsächlich auch schon solche traditionellen Sachen drin. Jetzt könnte man mit The Riss ja ein bisschen auflockern. Aber das ist eine Sache, das wird mein starkes Vormacher entscheiden. Ich kann euch nur sagen, eins von den dreien wird es werden. Also ich hatte auch noch überlegt, so ein Thema Operettenfilm hier, die Fledermaus mit Joppy Hestes aus der Endzeit des NS-Regimes, der dann glaube ich bei der DEFA fertiggestellt wurde oder so. Ist ja witzig, ich habe tatsächlich die Peter-Alexander-Verfilmung fast bestellt. Ja, wie ist denn so allgemein das Thema Musical? Ich höre das ab und zu mal so, auch aus quasi Kollegenkreisen. Naja, Musicals sind jetzt nicht so die bevorzugte Variante, die würde man auch bewusst quasi auslassen. Kann ich zum Beispiel bei mir persönlich jetzt nicht bestätigen. Ich habe eigentlich immer recht viel Spaß bei Musicals oder Musikfilmen. Wie ist das eigentlich? Gut, Carly hat es ja nun initiiert. Geht davon aus, dass Musicals bei dir auf fruchtbaren Boden fallen? Ja, ich bin ja sowieso allgemein, also ich habe, sagen wir es mal so, also ich bin ja ursprünglich Theatergänger immer und habe sehr starkes Musiktheater-Fabel auch. Es war für mich immer so das I-Punktchen, obwohl ich eigentlich eher Schauspiel-Fan bin. Und habe dann irgendwann angefangen, durch Theater, wenn ich dann halt ein Stück gesehen hatte, mir die Filme dann zu holen. Also um diese schöne Erinnerung, dieses positive Gefühl, was ich, sag ich mal, vor der Bühne hatte, aufrecht zu erhalten. Und irgendwann hat es dann eine relativ große Musicalsammlung und Musiktheatersammlung bei mir angestaut und die Filme. Und ich gucke dann mittlerweile auch leidenschaftlich gerne auch immer wieder. Also das ist auch eine Sache, da kann ich die Filme auch einmal jährlich rausholen und suche immer regelmäßig, wenn ich mal Zeit habe, nach neuen Filmen und immer irgendwelche Insider zu finden. Und habe aber auch im Umfeld, weil ich ja gerne manchmal darüber reden möchte, auch oft diese ablehnende Haltung tatsächlich im Bekanntenkreis, im Kollegenkreis, die dann sagen, Gott, du hundest ja die Musicals, das ist nicht meins. Aber keiner kann begründen, warum. Also es ist immer so eher so ein Ding, dieses Vorurteilsbehaftete, das ist eher so ein Mädchending oder das ist mir zu langsam und zu langweilig. Aber ich mag Gesinge nicht, aber dieses wirklich einer sagt, ja, ich bin für ein Musical toll offen, habe ich da auch nicht, muss ich auch leider sagen. Und bei dir? Ja, ich hatte so in meinem Paralleluniversum in meiner Jugend ja auch immer so lauter Filmerzieher so und quasi die Filmregisseure und Regisseurinnen und das waren meistens doch immer nur Männer. Also lauter Filmpapas, die mir sozusagen was über Film beigebracht haben, in dem ich einfach neugierig war. Ich habe als 13-Jähriger John Woo geguckt, so ne, Hongkong-Geballer, so. Und der meinte nun in Interviews immer, seine große Inspiration sind die ganz fetten, dick produzierten amerikanischen Hollywood-Musicals. Und da war ich so richtig so, das passt überhaupt nicht zu meiner aufgesetzten Macho-Artivität, wie du mit zwei Händen, mit zwei Knarren in der Hand durch die Gegend ballern und die Welt verbessern so. Da dachte ich, was mag denn jetzt dieser Hongkong-Regisseur, mit dem ich mit ganz anderen Dingen scheinbar verbinde, so sehr an Musicals? Und dann habe ich mich mal vorgewagt und habe das erste Mal sofort verstanden, dass sozusagen so ein Action-Ballett, wie es ein John Woo sozusagen inszeniert, dass das verdammt nah dran ist an dem, wie gute Musicals sozusagen wirklich an der Uhr drehen so. Also, weil ich jetzt weiß, ihr habt jetzt vor kurzem, glaube ich, West Side Story gesehen, oder? Ja, ich habe versucht, aber ich habe es noch nicht richtig geschafft. Echt, wann hast du das gedacht? Du hast den geguckt? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe West Side Story auch noch geguckt. Ja, siehste. Ach so, dann war ich irgendwie schief gewickelt. Aber gibt es, glaube ich, sonst bei Second Unit gerade noch. Ja, ja, stimmt, vielleicht kommt es auch da, dass ich das gerade denke. Aber mir ist einfach nur aufgefallen, also das war zum Beispiel im Musical, da sehe ich einfach nur einen Ausschnitt und dann denke ich, wow, es wirkte auf einmal wie entfesseltes Kino. Also es schien mir sofort so, dass also in Musicals, gerade weil es ja scheinbar nur sozusagen ein bisschen, also singen und tanzen oder so, als wäre das irgendwas Banales so. Im Gegenteil, das scheint die Leute zu Höchstleistungen an Kameraschnitt und Schauspiel irgendwie rauszufordern. Das ist manchmal total faszinierend, Schauspieler, von denen man das gar nicht erwartet, die plötzlich in Gesangsrollen zu erleben. Also, es hat nicht lange gedauert und da habe ich auch sowas wie All That Jazz gesehen und Roy Scheider singen. Das wäre vorher sowas wie, das lasse ich mal weg, das gucke ich mir lieber nicht an. So ähnlich wie ein Sidney Lumet-Film mit Michael Jackson oder so. Aber es ist so, das hat einen großen Reiz und es scheint so, als würde über Gesang was ganz direkt kommuniziert werden. Noch direkter als ein Filmbild, ja manchmal auch schon, so direkt in die Magengrube geht. Wenn da noch Musik drunter ist und da noch Gesang. Also, ich habe sozusagen, also eigentlich aus der, nee, das ist nichts für mich. Und dann habe ich mal neugierig geguckt, weil andere, die ich sozusagen geschätzt habe, fanden das toll und inspirieren. Und dann hat das sofort gesessen. Ich wüsste aber nicht, was das das Erste war, was ich gesehen habe. Aber weil du gerade Bühne gesagt hast, Kalli, mir fällt doch ein, dass ich im Volksteater auch recht früh Operetten gesehen habe. Also, das war bestimmt mal so ein Schulbesuch. und dann auch mal so eine richtig schön klassische Oper. Ich glaube, es war die Hochzeit des Figaro. Und Mozart geht natürlich richtig ans Eingemacht. Das war ja richtig geil. Also, das war, also das hatte ich, damit hatte ich dann auch nicht gerechnet, dass ich danach mit Ohrwürmern rausgehen würde. Und so war das da auf jeden Fall. Auch wenn ich das, glaube ich, jetzt nicht mehr zusammenkriege. Also, ich glaube, also, das hat dann nicht lang gedauert. Und dann haben Musicals auf jeden Fall mein Herz erobert. Und heute bin ich natürlich, also, finde ich, es gibt absolut entsetzliche Musicals und es gibt großartige Musicals. Aber das gilt ja nun wirklich für jedes Genre. Also, ich denke dann manchmal, wenn Leute sagen, ich habe ein Musical gesehen und fand es scheiße, dann haben sie einfach das falsche Musical gesehen, oder? Ja, das kann echt sein. Ich habe auch schon überlegt, ich weiß, bei mir ist bei Knoten relativ spät geplatzt. Musiktheater ist mal noch was anderes. Da hatte ich auch in relativ jungen Jahren eine Produktion gesehen von Anna und der König. Und wie dann auf einmal die ganzen Kinder mit eingearbeitet sind und dann diese ganzen Kostüme und dieses Pompöse. Das hat mich damals so geflasht. Das war für mich so, das war für mich einmalig. Und seitdem bin ich bei der Bühne, mache ich nämlich da jedes Musical mit, was ich kriegen kann. Aber so bei Filmen, das hat bei mir relativ spät tatsächlich gezündet. Das erste Mal, dass ich wirklich einen Film gekauft hatte und wirklich gesehen hatte, war Mama Mia, weil jeder gesagt hat, oh, du musst Mama Mia gucken, du musst Mama Mia gucken. Und meine Mutter mich auch so hingedrängt hatte, weil die so begeistert davon war. Und das ist ja auch ein Spaßfilm, wo ich auch immer denke, wer kann den nicht mögen? Und dadurch kam ich erst, sage ich mal, zum Film richtig hin. Und seitdem kaufe ich dann halt auch, was ich im Theater sehe, bewusster auch gerne mal zu Hause. Deswegen habe ich auch eine relativ große Sammlung, würde ich meinen. Größer geht immer. Aber ich glaube, ich finde auf jeden Fall mal was zu gucken. Sagen wir es so. Mama Mia ist ein schönes Beispiel, weil es gibt ja Leute, die regen sich dann drüber auf. Hä, wie Pierce Brosnan oder Stellens Gaskart, die können doch gar nicht singen. Und so, Leute, also wenn euch das gerade nicht erreicht, diese Spielfreude, also wie die Leute da aussehen, die das da machen. Also auf mich, also wenn jemand sich vor der Kamera freut, kann das meistens bei mir überspringen. Und das ist so ein Film, da springt das über. Ich weiß gar nichts mehr über die Handlungen. Und also nicht jeder Abba-Song ist sozusagen ein großer inhaltlicher Wurf. Aber das macht wirklich viel Freude. und also Menschen, die Freude. Also das ist irgendwie, das ist so ein, ich finde das wie so ein, ja, ich weiß auch nicht. Also das, also ich kann gar nicht, ich kann daran gar nicht drüber stolpern so. Also ich finde es eher total toll, wie so die Leute dann es trotzdem machen. Also weil es sich fühlt sich richtig an. Also ich glaube, ich bin auch nicht der Typ, ich gucke ja manchmal so, also so Leute, die sagen, das ist jetzt ganz toller Gesang. Und dann verstehe ich das gar nicht. Ich kann das gar nicht richtig wertschätzen. so, weil das sieht mir viel zu angestrengt aus, was das junge Mädel da gerade versucht so. Ja, egal. Das ist ja auch so eine Facette von Musicals. Das ist gar nicht unbedingt immer heile Welt und alles ist tolles, sondern dass da ganz wichtige oder relevante Themen verhandelt werden. Und so, wenn ich hier bei Sound of Music, den habe ich immer nur so mit einem Auge mitgeguckt, aber das, ganz toller Fan, ganz toller Fan. Wenn es dann eben darum geht, naja, auch da kommt dann eben die Geschichte mit rein, der Aufstieg der Nazis. Also das war nicht der Hammer. Ich habe mich so lange vor diesem Film gedrückt, weil ich da immer dachte, das ist so Heidi-Tighty-Musical. Und tatsächlich ist es wirklich ein ganz fantastischer und sozialkritischer Film. Also der, der geht ja auch drei Stunden, der kam mir vor wie einer. Also ich hätte, da habe ich echt zugedacht, oh, den habe ich ewig liegen lassen, habe ich ihn geguckt und dann war ich so begeistert und kann ihn nur empfehlen, das ist mit Recht ein Klassiker. Und ich finde es, was du gerade angesprochen hast, auch ganz stark, wie sozusagen diese Bedrohlichkeit des Nazis-Regimes, wie sich die Nazis aufbauen Ende der 30er, wie das sozusagen die Spirale sich zuschnürt und wie sozusagen Leute, die gegen dieses Regime standen, gegen diese Ideologie standen, wie die zum Handeln gezwungen werden. Also ich finde, das ist ganz, ganz starke Charakterstudie und auch mal so ein kleines, ja, ich glaube auch ein relativ authentisches Sidebild. Du hast recht, ja? Es gibt auch sehr viel kritische Sachen reingeschoben. Also ich habe so überlegt, erste Musicals, also die Disney-Filme sind ja auch alle mindestens Musikfilme, ob man die indirekt als Musicals bezeichnen möchte, kann ja auch dann jeder für sich entscheiden, aber mit dem bin ich auf jeden Fall groß geworden, bewusst, unbewusst. Ich weiß, dass mich dann Nightmare Before Christmas ganz doll bis heute gefangen nimmt und ich da immer mitwippen möchte und mittanzen, also mittanzen besser nicht, das ist sehr peinlich, aber so... Wirklich, ein schönes Beispiel. Also Daniel Esmans, kleines Meisterwerk, oder? Also es geht wirklich rein. Und dann, wenn man eben solche Sachen dann mal irgendwann sieht wie Sweeney Todd oder so, wo dann, ja wirklich, also das hat ja nichts mehr mit heile Welt zu tun, sondern das ist so die Gosse und alles noch unter der Gosse und solche Sachen. Also dass da auch eine Tiefe wirklich abgebildet wird, um jetzt mal dieses komplette Gegenstück zu Mamma Mia, der wirklich ein Spaß, also Film ist nicht Spaß, Film ist ein Film, bei dem man wirklich Spaß haben kann und der wirklich gute Laune bereitet. Ich würde es sogar noch ergänzen wollen, wenn ich darf, um die Kategorie. Es wird alles auf heile Welt dargestellt, aber tatsächlich befinden sich richtig harte Themen im Hintergrund, wie zum Beispiel mit Gigi, sozusagen hier auch Ranziehen einer Kulisane oder eines jungen Freud-Mädchen sozusagen beinhaltet, was ein total umstrittenes Thema zu der Zeit war. Das Musical selber ist aber sehr aufgezogen, also sehr freundlich und sehr spaßig tatsächlich. Da muss man erst mal in die Fassade schauen. Bei Sfinitore ist es ja auch immer schön ehrlich, da hast du ja diese düstere Schwung auch in einem Bereich sozusagen aufrechterhalten. Ja. Mir fällt übrigens gerade ein, dass es gibt schon auch so einen Aspekt, der taucht schon manchmal gerade auch bei amerikanischen Musicals sehr anstrengend auf. Sowas wie, ich habe gerade sowas wie ein süßer Fratz mit Audrey Hepburn und Quartistea oder so und dann gibt es noch so ein paar so in dieser Richtung so, wo man wirklich so denkt, oh Mann, hier so alte Männer mit jungen Frauen und alles wirkt tatsächlich. Ja, die dann weinen. Ja, genau. Es könnte sein, dass das auch einer von diesen ist. Bestimmt. Und du mochte dich sehr vom Spätfilm, der Daniel, der dort auch diesen schönen Filmpodcast macht zusammen mit seiner Frau Paula, der hat auf Twitter ab und zu jetzt mal so ein bisschen das kommentiert, wenn er gerade wieder eines von diesen amerikanischen Musicals gesehen hat und er hat auf, also ich glaube, er guckt Audrey Hepburn-Filme gerade alle durch und hat da auch ein paar Musicals erwischt so, die gerade in der heutigen Welt sich wirklich sehr antiquiert anfühlen und wenig reizvoll im Vergleich zu den Sachen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind und dann gerne auch die, die sozusagen scheinbar alles weglächeln und da drunter sind die Abgründe so. Also das war ja auch, fällt mir gerade ein, ja auch noch Jugendzeit oder junge Erwachsenenzeit, als Mona & Woosh ins Kino kam. Das habe ich halt wirklich im Kino gesehen, das war, das war ein Erdbeben von einem Film, also der hat zum damaligen Zeitpunkt auch wirklich sich Sachen getraut in einer Geschwindigkeit und in einer Vermischung, also es ist ja noch die Zeit bevor auf YouTube der Remix vom Remix vom Remix da war, sondern da ist man sozusagen noch in Mona & Woosh sehr überrascht worden von, von, ja, eine Nirvana-Interpretation und der ganze Mischmasch, also alles reingehauen, wirklich so, wenn mal, wenn da mal was, so typisch Komödie, wir machen hunderttausend Witze, wenn mal einer daneben geht, ist nicht so schlimm, weil wir so eine Menge haben, irgendwas wird kleben bleiben, so ungefähr. Aber sehr gutes Beispiel, ich muss ehrlich sagen, jetzt wo du es sagst, ich habe Mona & Woosh damals gesuchtet, ich habe das damals, zwei meiner ersten DVDs und ich habe die, das war ein Film, der lief durch, dann habe ich ihn, dann habe ich ihn im Ausgang gemacht und dann lief ich ihn wieder und er lief wieder und er lief wieder und er lief wieder und er lief wieder und das ist wie ein gutes Album, ja, und das ist mir noch das Album gehabt, am besten noch die Doppel-DVD, also hatte ich ja damals auch gehört und das habe ich geliebt und ich könnte, das liebe ich heute noch. Also das habe ich mal auf der Bühne erlebt und da war der Film besser. So muss ich mal echt sagen. Ist an dieser Stelle auch ganz kurz nochmal an Second Unit, Christian, guck dir ruhig mal die Buzz Lerman-Filme an, auch wenn da jemand neulich bei dir was anderes gesagt hätte, aber mit Moulin Rouge, Romeo und Julia, auch geiler Film. Ja, auch der Frühe, auch Strictly Bell, den kenne ich leider noch nicht. Also der funktioniert vielleicht weniger als Musical, sondern tatsächlich pur als Tanzfilm, weil er über das Tanzen auch erzählt, aber ja. Und ich finde auch Great Gatsby total, also hat mich sehr schön mit abgeholt und mitgenommen. Ich habe von mir noch nie was Schlechtes gesehen, aber ich kenne auch nicht alles. Ja, aber man könnte, aber man kann sich ja vielleicht vorstellen, dass gerade das, was mich auch dazustimmen lässt, das habe ich auch gesuchtet bei Moulin Rouge, das ist aber, das hat damals auch schon die Lager gespalten. Es gab Leute, die fanden das entsetzlich. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Naja. Das sind Gruppe Leute. Naja, aber weil das auch so, weil ich, das sind auch Filme wie Moulin Rouge oder was auch immer bei mir hatten, die wecken unglaublich so eine Emotion in mir. Ich weiß gar nicht, wo ich so ein Gefühl hin soll. Weil der einfach so den Regler aufdreht, das geht schon mit dieser, wenn die Vorhänge da aufgehen und naja. Ich glaube, die Saw Multilogie, die weckt ja auch Gefühle bei vielen Leuten und da kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen, was da jetzt los ist. Und ich glaube, das ist manchmal so unterschiedlich. Ich finde es unterm Strich trotzdem irgendwie sympathischer, wenn die Leute sozusagen bei Freude auf dem Bildschirm selber sich auch freuen können, statt dass sie einen Massaker brauchen, um irgendwas zu hören. Insofern. Und jedenfalls, ich hatte Moulin Rouge auch angebracht, auch darunter gehen ja Abgründe ohne Ende auf. Das in einem Tempo, in einem Kitschbombast, dass man es manchmal glatt übersehen könnte. Und dann ist man immer ganz überrascht, so geht mir das in dem Film, wenn ein paar Songzeilen oder ein paar Klänge schon reichen. und ich bin... The evil Maharaja. Ja, bei so viel Tempo in der jüngeren Kinogeschichte bin ich jetzt sehr gespannt auf die Rückreise. Und hast du das schon nochmal, also was war bei dir jetzt das Ausschlaggebende, in die deutschen 30er zu gucken? Ähm... Also im Vergleich zu irgendwas anderes, bombastisches vielleicht, aber ich weiß ja auch... Also wie gesagt, der eine Gedanke war eben, ich gucke da mal so in diese deutsche Richtung und dann war natürlich der auch ein Punkt, was habe ich denn eigentlich gerade so vorhanden tatsächlich? Also das habe ich schon vorhanden, was muss ich noch extra kaufen? Und ja, dann gibt es zu... Anlässlich 50 Jahre Monaus Stiftung. Ich prüfe das mal ganz schnell. 50... Der nicht bezahlte Werbeblock. 50 Jahre Monaus Stiftung. Es gibt die Jubiläumsedition Friedrich-Wilder Monaus Stiftung. Sechs große Filme aus fünf Jahrzehnten. Und da ist eben unter anderem Viktor und Viktoria dabei aus dem Jahr 1933. Ich dachte übrigens immer, Ernst Lubitsch hätte diesen Film gemacht. Das ist aber natürlich gar nicht so. Genau, es war nämlich Reinhold Schünzel. Der hat Drehbuch und Regie gemacht. Der Name ist bei mir auch so einer, ja, habe ich schon mal irgendwie gehört, aber ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Also, ja, den gibt es. Und der Film, den wir gucken, ihr habt den folgenden Titel ja alle schon gelesen, liebe Hörer, ist Viktor und Viktoria. Und ich habe jetzt nicht nochmal rausgefunden, ob das nicht eigentlich auf einem anderen Stück basiert. Aber dieses Stück Viktor und Viktoria existiert auf jeden Fall bis heute in Form von Theateraufführungen und Ähnlichem. Und es gibt in den 70er, 80er Jahren hat Blake Edwards das, glaube ich, WeMaked. Stimmt, das war ja noch dein, genau, das hast du ja in der WhatsApp-Kruppe. Ich war mir wirklich nicht sicher. Ich habe auch falsch, glaube ich, gesucht. Ich habe wahrscheinlich Viktor mit C gesucht oder so. Ich fand den tatsächlich nicht gleich, den du jetzt hier rausgesucht hast. Und habe aber von dem auch gehört und habe dann übrigens diesen schönen Satz irgendwo dazu gelesen, die letzten Zuckungen des Weimarer Kinos. Ja, genau. Also das ist mir ja bei den Ernst-Lubisch-Komödien aus den 20er, 30er Jahren aufgefallen, dass die eine Spritzigkeit und eine Offenheit auch haben, wie man sie dann in den 40ern schon gar nicht und in den 50ern ganz lange nicht mehr hatte. Und erst Ende der 60er sich, dass dann sozusagen die Neuen, der der Nachwuchs dann wieder getraut hat. Also da ist auch mit dem Nationalsozialismus natürlich auch eine, ja vielleicht auch so eine Art Unschuld oder Naivität auch sehr verloren gegangen. Und ich glaube, wir sehen davon nochmal was. Ich glaube, es wird ganz schön frivol vielleicht auch, weil man ahnt es ja schon am Titel, hier geht es auch um Geschlechteridentitäten und ich bin neugierig, wie man das so zu Weimarer Zeiten so angeguckt hat. Ganz kurz, genau. Und ich hatte auch schon mal reingeguckt oder ich wollte den Film gucken und es hat aber nicht so geklappt, weil ich entweder zu müde war oder es gab noch irgendwas zu Verlegenheiten. Da habe ich gesagt, nee, dann müssen wir den Podcast gucken, dann kann man ja wenigstens am Stück gucken. Und wir rütteln uns gegenseitig mal wach. Deswegen bin ich auch der Meinung, ich weiß ja, dass dieser Anfang, den ich geguckt habe, mich schon ziemlich gut unterhalten hat und wir sind auch sehr gespannt, wie es dann so weitergeht und alles. Sag mal kurz, kannst du die Namen der Hauptdarsteller gerade sagen, weil ich sehe gerade die ganze Zeit das DVD-Menü und da gucken uns Mann und Frau so. Renate Müller. Ja, ist ja geil, ne? Und dann weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist Hermann Thiemig und dann gibt es noch Adolf Wohlbrück, diese drei. Ja. Aber das sieht schon aus wie Lieschen Müller, die da gerade so in die Ecke sind. Ich freue mich sehr. Es wird wieder ein Stück deutscher Geschichte. Ich sage dir, der Kollege da hinter ihr, der gibt auch ganz gut Gas hier gleich am Anfang. Gas? So früh, auch schon Gas. Naja. Also ich, bis gleich. Wir gucken Victor und Viktoria aus dem Jahr 1932, 1933. Klack. Keiner möchte mit meiner PET-Flasche anstoßen. Die hört man dann auch nicht mehr so gut, ne? Ja, wir haben mal schnell noch den Aufnahmeort gewechselt. Denn bei diesen Temperaturen muss man unter freiem Himmel, halb freiem Himmel das machen. Ja, ich habe jetzt gerade getwittert. Ihr müsst jetzt sozusagen auf Twitter wieder auf Führte, weil leider die Zeichen für unseren langen Namen nicht gereicht haben. Und dann könnt ihr sehen, also zumindest ahnen, wie es aussieht. Wir haben jetzt keine Wegbeschreibung dazu getan. Aber genau, es ist schönes Dämmerlicht. Und ich überlege immer noch, ob man eigentlich auch mit Alkohol Fahrrad fahren darf und ob ich euch dann nachher verpetze. Es gibt eine bestimmte Grenze, die über 0,0 liegt offiziell. Ich glaube, wir fahren halt gar nicht mehr Fahrrad. In der Regel, wenn ich trinke, fahre ich. Genau. Ihr schiebt das in Offense. Don't drink and drive. Da bin ich recht konsequent. Ja, aber das war schon auch ein bisschen alkoholfählich in den Filmen, in den wir gerade geschaut haben. Also wenn das Erste was dir einfällt, Alkohol verherrlichen, dann ist ja alles gut. Auch alles andere war braver, als ich gedacht habe tatsächlich. Also ja, Alkohol verherrlichen, weiß ich gar nicht. Also es wird auf jeden Fall gezeigt, dass Alkohol Auswirkungen auf die Menschen hat. Ja, das stimmt. Richtig. Also die Moral von der Geschichte ist ja eigentlich, ich trinke nicht so viel, aber im Alkohol tut man so Sachen, die man sonst nicht tun würde. Oder die bis zum bildlichen Selbstmord führen. Hattet ihr das Gefühl gehabt, dass die Viktoria vom Alkohol auch sehr ergriffen war? Ich hatte das Gefühl gehabt, also ich hatte den Eindruck gehabt, dass sie so viel was gekippt hat und zwar genervt war, aber eigentlich war sie quasi resistent. Sie war in jeder Hinsicht und ja nicht nur da, immer wieder der bessere Mann eigentlich. Viktoria steht ihren Mann, ja. Der länger durchhält. Für alle Fans von Robin Schabatzky könnt ihr Viktor und Viktoria schauen. Ich kenne jetzt den Robin Schabatzky nicht. Die ist bei How I Met Your Mother in der Serie. Eine Frau, die auch von ihrem Vater sehr gedrillt wurde. In den Klischees des Männlichen erzogen worden ist. Zigarre rauchen, Tierrehafen. Bis getrinken, Waffe, Eishockey. Aber sie darf wie eine Frau aussehen. Sie muss sich dafür nicht verkleiden zu einem Mann. Und sie ist deshalb natürlich auch doppelt anziehend, wirkt sie dann durch auf die Männer natürlich. Ja, interessante Filmhandlung. Ich habe tatsächlich immer auch noch so ein bisschen zu sortieren, dass ich das irgendwie anders erwartet hatte. Ich dachte, dass es öfter der Mann in die Frauenrolle schlüpft. Ich war gar nicht drauf gefasst, dass eine Frau ein Mann spielt, die eine Frau spielt. Das war ich jetzt nicht drauf eingesteckt. Genau, also wir können nochmal so halb versuchen, zwei Sätze den Inhalt zu umreißen. Carly, möchtest du das machen? Ja. Wenn nicht, kann ich auch mich versuchen. Es geht um zwei mittellose Schauspieler, die versuchen Erfolg zu finden. Und das gelingt ihnen durch perforum Zufall, indem die Frau, die Susanne, den Viktor, weil er krank ist, vertritt und sie ihn sozusagen als Frau parodiert. Und deswegen denken alle fortan, dass sie ein Mann ist. Und weil sie es so gut gemacht hat, wird sie gleich in einen 3-Millionen-Deal genommen. Er ist dann sozusagen ihr Begleiter und Choreograf währenddessen. Ja, das reicht eigentlich schon fast, ne? Und dann legt die Handlung ihren Haufen in London. Geht's hinaus in die Welt. Ich kann nicht in zwei Sätzen. Dann darfst du es mir nicht geben. Ich muss auch nicht in zwei Sätzen. Ich war in zweieinhalb. Abschweifen ist ja eine gute Leistung. Genau. Und wir haben dann eben ein Bäumchen oder ein Wechselspiel, wie gesagt. Also eine Frau, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt. So. Viele Ebenen liegen vor uns. Ja. Also ich wusste nicht, worum es in dem Film geht. Vorher auch nicht. Ich wusste nur, es ist ein Meilenstein. Ich wusste nicht, welche Hinsicht. Nachhinein wusste ich's. Wo hast du das her mit dem Meilenstein? Aus meinen Musikfilmen und Tanzfilmbüchern. Okay, ja. Jetzt nicht aus dem Allgemeinwissen, sondern aus dem Fachjargon selbst. Und da war Viktor Viktor in den meisten Büchern tatsächlich mit am Anfang genannt. Das ist ja interessant. Ja, da kann ich's ja auch erst. Und teilst du die Einschätzung als Meisterwerk nach der Sichtung jetzt? Ja, fand ich sehr gut. Ich hab auf jeden Fall gleich ein paar Sachen gehabt, wo ich dachte, aha, da haben die anderen nachher abgeguckt. Also das war... Vermutlich. Wenn nicht schon vorher jemand anderes gemacht hat. Ja, naja. Das mag gut sein. Aber ich hab euch so gesagt, ein paar Sachen hab ich so bei My Fair Lady wieder erkannt. Wo war ich dann bei Gigi, hab ich gedacht. Eine Sache, die kam jetzt unglaublich vertraut vor, die konnte ich nicht einordnen. Das versiede ich ja gerne mal. Also ich musste natürlich an Terminator 2 denken, als Arnold Schwarzenegger zeigen muss, wie er lachen kann als Terminator. Die eine Szene relativ zu Beginn. Ähm, ja. Also wenn sie lachen, was man als Lachen vorgibt. Und sie dann irgendwie ihren Mundwinkel verzieht, so dass man ihre Szene sehen kann. Ja, über den Meisterwerkstatus können wir ja gleich noch ein bisschen sprechen. Am Anfang, in den ersten 5 Minuten, war ich sehr beeindruckt und hatte noch sehr viel mehr erwartet nach so einem Einstieg. Das ist ja wirklich eine tolle Anfangssequenz, die uns auch noch als sehr technisch aufwendige Plansequenz präsentiert wird. Wie wir so in diesen, ja, die Vorspielzimmer mal so abscannen, so irgendwo zwischen Oper, Operette und Schauspiel. Und beim Vorspann ist kurz vorher noch zu lesen, produziert auf Filmklanggeräten, oder wie das hieß. Und das hat mir dann gleich nochmal so ein Gefühl gegeben von, ach ja, richtig, wir sind also im Jahre 1932 in der Produktionsgeschichte. Das ist schon noch was sehr Besonderes, dass wir hier Ton zum Bild synchron haben. Und damit wird gleich am Anfang auch gespielt. Also wir hören die ganze Zeit eigentlich, wie jemand hinter verschlossenen Türen irgendwie eine Oper schmettert. Und zwischendurch üben aber die Leute, die vorne noch warten, bis ihre Probe dran ist. Und manchmal sieht das für den Moment so aus, als würde gerade doch eine, die gerade draußen steht, dieses Opernstück mitsingen. Und dann war es aber nur ein Gehen oder so. Also ganz schön gewitzt wird da auch mit so einer neuen Technologie schon gespielt. Gab es auch später sogar nochmal, dass es damit immer so, genau, darauf sozusagen gebaut worden ist, dass man ja denn schon gewohnt ist, dass Bild und Ton immer zusammenpassen. Und dann passen die absichtlich manchmal nicht zusammen. Das ist sehr schön. Ich finde auch allgemein, diese Eröffnungsszene ist sehr schön. So dieses Spiel mit den Ebenen, mit, oh, ein Schauspieler, der ein Schauspieler spielt, der gerade ein Schauspiel da bietet. Und dann auch sozusagen dann die erste Gesangsnummer kommt und dann plötzlich auch diese Gesangsnummer einfach den Ort des Gesangs verlässt, an einen anderen Ort geht und da einfach dann weitergesungen wird von einer anderen Person dann nochmal, die da auch noch sitzt zum Vorsprechen oder zum Vorspielen, was auch immer sie dann da genau machen wird. Auch das fand ich hochgradig interessant. Also war auch, finde ich, sehr kurzweilig dieser Einstieg, diese Einführung. Und ich finde diese Kurzweiligkeit zeichnet tatsächlich den ganzen Film aus. Das ist wirklich sehr flott inszeniert und dafür, dass ich, also auch bisher, mir war schon immer so klar, diese drei, vier, fünf Namen, die man immer irgendwie so hat, also an Regisseuren und gerade in der Zeit, weiß ich gar nicht, ob mir neben Ernst Lubitsch noch allzu viele einfallen, mit denen ich schon Kontakt hatte. Und dann kommt mir das immer so vor, wie es muss ja, wird ja eine ganze Reihe von Filmen gegeben haben. Und nur weil die jetzt sozusagen nicht mehr in den aktuellen Filmkanon immer hinterhergetragen werden, heißt das ja nicht, dass sie nicht auch sehr sehenswert sind. Und hier bin ich schon sehr neugierig geworden, weil es ist so filmsprachlich auch wirklich angenehm entfesselt. Also ich habe nochmal wieder gedacht, eigentlich geht mir Fritz Lang immer ganz schön auf den Sack. Der hat vielleicht sehr interessante Filmthemen und sehr populäre Filme auch geschaffen. Ich finde die aber inszenatorisch oft ganz schön unbefriedigend. Und hier ging das ganz schön ab. Also wie auch immer wieder so in den Stummfilmmodus geschaltet wird und viel über Blicke und Reaktionen und Schnitte gelöst wird, war mir eine große Freude. Also war inszenatorisch total schön. Ich wünschte, der Drehbuchautor hätte auch so viel zu tun gehabt. Ich finde auch sehr, sehr gefühlt überraschend kamen die manchmal für mich so Kamerafahrten. Ja. Oh, 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 geht doch ganz schön ab hier. Und dann nochmal da und nochmal Fokus nach vorne, nach hinten. Ja. Und dann auch so manche Perspektiven, die dann so gefunden werden. Ich denke jetzt zum Beispiel dran bei der großen Revue-Nummer in London, wenn dann die ganzen Tänzerinnen so wirklich aus der Draufsicht gezeigt werden, wo ich mir dann kurz denke, naja, für das Publikum, was jetzt im Saal sitzt, vielleicht nicht so spannend zu sehen oder so symmetrisch aufreizend wie für uns jetzt gerade, weil wir es von oben so sehen, weil wenn du es von vorne siehst, sieht das ja nochmal ein bisschen anders aus. Oder dann auch, wenn sie, wenn Victoria, der Mann, eingeladen wird in das Old Victory in London, wenn sie auf dieser Treppe sind und auch so Froschperspektive mal gewählt wird und so. Also das, da kommen schon immer wieder so Sachen, wo ich denke, oh ja, da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Schon schön einfallsreich. Da haben wir sich immer wieder mal schöne Blickwinkel einfallen lassen. Teilweise haben wir, glaube ich, auch mal eine Ich-Perspektive, hatte ich den Eindruck. Also so, ich glaube auch noch mit am Anfang, wenn es um diesen Vertrag geht, dann werden so manchmal Perspektiven gewählt, wo ich dachte, oh ja, das ist jetzt sein Blick gerade direkt. Ach ja, doch, ja. Jetzt fällt mir das eher an einer anderen Stelle ein. Und wenn du eben sagst, Stummfilm-Modus, also ist natürlich auch ein Film, bei dem man hingucken muss, bei dem sehr viel visueller Humor eingesetzt wird, ja, Punkt. Der mir gefällt. Der erste Höhepunkt war wirklich, wenn der Viktor, dem die Stimme gerade abhandengekommen ist, so zum Dirigenten der Performance von Susanne wird. Und das ist, ja, das ist reinste Stummfilm-Comic. Ist übrigens auch total schön, wenn sie am Anfang, also wir haben ja den Lennar, den Viktor so kennen, wie er so unglaublich übertrieben spielt und alle sich da schon eins wegkichern. Und er aber sehr fest davon überzeugt ist, er ist der geborene Shakespeare-Schauspieler für die ernsten, für die großen Rollen, die tragischen Geschichten. Und das Erste, was Susanne einfällt, ist, du hast, also du bist ganz schön komisch so. Also es ist ja wirklich eine Qualität so. Und das ist dann eigentlich auch total schön, dass das, also der eigentlich so, diese klassische Komik, wie ich sie auch von Charles Chaplin sehr mag und wie sie ja auch so etabliert ist. Also das Gesicht und die Körperhaltung sind eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach Kontrolle und nicht so auffallen. Und dabei passieren die witzigsten Sachen die ganze Zeit. Und so geht ihm das da auch. Er will ja eigentlich nur die Show gut über die Bühne bringen und macht da wirklich ein, ja, ein Slapstick-Konzert. Du hast das sehr gut, also gerade dieses Vorsprechen ist auch sehr schön getimt. Also das ist ja auch immer wieder, die Musik spielt ja auch immer wieder zusammen mit dem Bild, so wenn dann eben, ja dieses Mickey-Mousing, also man tritt irgendwo rein, also kommt in dem Moment der Tusch und solche Sachen und auch das funktioniert, finde ich, jetzt nicht auf dem ganz, ganz plumpen Level, sondern auch schon so ein bisschen noch ein, zwei Stiefchen höher. Sehr, sehr schön da, wie das eben alles zusammenspielt. Und gerade eben jetzt so in der Anfangszeit des Tonfilms, also da, dass dann eben wirklich sehr, sehr viele Gedanken sich gemacht hat. Das ist schon sehr schön inszeniert. Tja, Carly, wie fandst du denn so die Männerbilder, die so gezeigt worden sind, wenn Susanne als erstes, ihr erstes Mal in einer Herren-Umkleide-Kabine sich umschaut? Ja, ein bisschen Klischee war schon dabei. Ja, sehr klar. Der Muckimann, der große, ja, sag mal schwerer Tist, der Clown, der ein bisschen ernster und der arrogante Clown. Ja, das ist interessant, ne? Ja. Und alle waren nochmal, auch nochmal anders, wenn sie gerade nicht in Verkleidung sind, oder? Also gerade der, der sich noch so den Schnurrbart so ranpattet, der war ja fast so wie so ein, wie so ein süßer, dicker, großer Mann so, wie so ein Bärchen so. Ja. Und der sich dann aber sehr angestrengt verwandelt in den Macho-Muskel-Typen so, ne? Der er ja eigentlich auch nicht ist. Oder der andere Typ, der, ich weiß gar nicht, was seine Rolle ist, der da die Gänse vorführt, der hat da so ganz tollen Anzug und so und wenn er sich dem dann so entledigt und am Ende sitzt er da so mit Pullover oder Brot und, ja, Brot und die Seilung so, ne? Ja. Das war auch ein herrlicher Schnitt, ne? Wenn sie gerade in den Streit kommen, Viktor und Viktoria und dann kommt so und dann steigert sich das und dann kommt der Umschnitt auf die schnatternden Gänse. Fand ich auch sehr schön bildlich nochmal dargestellt. Ja, die Männerbilder. Ne? Da muss man erstmal bestehen können. Ich habe auf jeden Fall heute die deutsche Vorlage für Clark Gable entdeckt. Den Gentleman Der Frauenfeld, der Casanova Der kommt mir ungeheuer bekannt vor. Ja, also ich fand, der hat vom Spiel her unglaublich viel Ähnlichkeit mit Clark Gable vom Innen, vom Winde verweht, so von der Haltung und vom Gestus und vom Bärtchen und also das ist schon nicht abzustreiten. Also entweder haben wir den mal in irgendeinem anderen Film schon gehabt oder so. Also es wurmt mich, werde ich nachher auch nochmal dann nachschauen, warum er mir so bekannt vorkommt um das festzustellen. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn gar nicht, aber ich kenne aus dieser Epoche glaube ich auch nicht wirklich was. Nur aus Deutschland. Aber der hat auch ein ordentliches Gardemaß oder der wirkt ja schon fast wie zwei Meter, aber ist mindestens immer gefühlt ein Kopf größer als alle anderen, die noch so mit rumstehen. Außer vielleicht der Pinkerton, der die Verträge macht. Das ist auch eine interessante Erscheinung. Ja, sehr also ich meine, die spielen gefühlt, spielen die alle sehr überzeugend. Ich nehme sowohl dem Viktor Hempel seine Übertriebenheit ab als Charakter, der er ist, wie eben auch dem, ja dem Frauenschwarm da hier in den Katriden und die Frauen rollen auch so. Also da ich musste auch bei der Bardame sozusagen, bei der Kelnerin, oder nicht Kelnerin, sondern eben der der Clubbesitzerin sozusagen musste ich auch wieder an M denken ganz doll von der anderen, die unten diese Kneipe hat, die auch so schön berlinern durfte. Also diese ja Authentizität würde ich es jetzt einfach mal nennen, die da so bei manchen, von manchen Figuren so ausgeht. dass das noch nicht so ist wie, ja du musst richtig Schauspielsprache sprechen, sondern dass immer noch mal auch Dialekte durchkommen und solche Geschichten und dass ich auch immer wieder vergessen habe, oh nee, das ist eigentlich gerade eine Kulisse, wo wir sind. Das ist gar nicht der wirkliche Frisiersalon für die Herren gerade, sondern das wurde einfach aufgebaut für in einem Studio, damit das so ist und nicht, das ist ja echt oder das Hotel. der ist schön. Alles Kulisse und Studium. die gleich gegenüber vom Blumenladen ist, ja. Wie ist denn das, also ich fand, also weil du gerade gesagt hast, die waren doch eigentlich alle ganz überzeugend, würde ich das wirklich für alle gelten lassen und für die ersten Minuten war ich auch noch ziemlich fasziniert von unserer Hauptdarstellerin und dann liest das aber leider nach, weil ich fand, dass die oft ganz schön überfordert war. Also die hat tolle Momente, also besser als sie versucht sozusagen, dass die Spielanleitung live beim ersten Auftritt irgendwie mitzumachen, besser wird es auch nicht mehr. Also das war schon ziemlich witzig und danach kommt es mir manchmal, also ist sie ja, also ist sie eigentlich oft so im übertriebenen Spielen, so wie es Victor am Anfang als Parodie eigentlich macht. Und das hat, also ich habe so gemerkt, mir ist so der Charme von ihr abhandengekommen. Ich verstehe aber, sie funktioniert wirklich sensationell gut als Junge. Also das ist ja wirklich ziemlich wichtig, wenn das jetzt in dem Film als Zuschauer einem jetzt so gar nicht überzeugen würde, dass alle anderen die ganze Zeit ernsthaft glauben, nur weil sie sich die Perücke runterreißen und da mal glatte Haare drunter sind, dass das ein Mann ist. Das ist so die meiste Zeit ganz schön glaubwürdig. Also es gibt sogar einen Moment, wo wir schon so lange im Film sie als Jungen sehen, dass ich kurz vergessen hatte, wie sieht sie eigentlich nochmal als Frau aus? Also es ist dann richtig erleichternd, sie dann auch in den letzten Minuten nochmal wieder als Frau zu sehen. Aber ich merke, also so wie mein Herz noch gehüpft hat, als wir so, bevor wir den Film geschaut haben, sie da so im DVD-Menü geguckt haben, hat mich das dann später nicht wieder gepackt. Denn die anderen beiden Damen sind ja wirklich sehr interessant. also die Frau, die da scheinbar mit zwei Männern sich so lange vergnügt, bis sie alle Hoffnungen aufgegeben haben und das andere ist auch nochmal eine Schauspielerin. Genau, Eleonora ist die betuchte Dame mit den beiden Herren und Lilly oder so heißt sie, glaube ich, die. Ja, die fand ich ja, also das Ränkespiel mit Lilly und Viktor fand ich persönlich am schönsten im ganzen Film. Genau, also der Dataknist jetzt auch. Wir haben jetzt den Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Ja, weil sie beide auch, so ihren, also ich weiß nicht, so diesen Dialekt da mit reinbringen und auch so einen ganz eigenen Charme dadurch auch auf jeden Fall haben. Und sie können auch halt relativ frei da ja aufspielen und du hast ja wahrscheinlich nicht groß noch Vorgaben gekriegt hast. Oder wenn sie dann auch sowas sagt wie, ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe und solche Sachen. Ich fand auch die Musik so, die ging so ins Ohr. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich diese Taktung schon woanders mal gehört hatte, in einer ähnlichen Form. Also von... Ja, aber so ba, 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 ba. Ja, hätten wir jetzt gleich, genau, hätten wir gleich im Anschluss aufgenommen, hätten wir es alle noch auf der Lippe gehabt. Also genau, weil das eine Thema wird ja wirklich auch sehr, sehr konsequent immer wieder durchgezogen und aufgespielt. Genau, es kommt ein Tag im Frühling. Nee, wie heißt das? Der Tag im Frühling? Es kommt das Glück im Frühling? Oh Gott, verdammt. Vergessen. Naja, nee, und das ist ja damals dann auch als Schallplattenauskopplung wurden diese Lieder ja dann veröffentlicht, soweit ich das verstanden habe. Ich dachte, das war auch schon immer das Geschäftsmodell beim Musical. Man kann immer auch noch eine Platte dazu verkaufen. Das wäre allgemein vielleicht noch die Frage. Würdet ihr denn jetzt so sagen, das fällt in Kategorie Musikfilm, Schrägstrich Musical oder eure Vorstellung davon? Ist das ein Grenzgänger? Naja, umso weiter du das verpasst, umso mehr wahrscheinlich wird es. Ich würde es auch ein Musical nennen. Ich würde es auch ein Musical nennen. Na klar. Also ich war sogar auch überrascht und fand das auch tatsächlich immer unberechenbar, wann sie außerhalb der Bühne ins Singen verfallen. Das taucht immer wieder auf. Und also richtig süß auch. Also weil es sozusagen auch, es ist dann nicht so auf Krawall zu Liedern geformt, sondern es ist dann wirklich so ein fast gesprochener, manchmal so ein Sing-Sang. Und das erfüllt dann, also spätestens dann, ist das ein ausgewachsenes Musical. Ja, aber ich wüsste auch jetzt nicht, wie man es, also wenn Leute, ich meine es wirklich so, also wenn Leute anfangen, in einem Film zu singen, dann ist es für mich schon längst alles erfüllt. Wie lang sie das tun und in welchen Situationen es sind zwei, drei. Weil natürlich, ja, es bleibt ja was Ungewöhnliches. Würde man ja nicht machen in echt, dass man so lang geht, um dann plötzlich anfängt zu singen. Wir müssten es ausprobieren. Ja, was haben wir so für Themen im Film? Der Rollen, der Geschlechterwandel? Ist das so? Ja, das gehört ja zu den Sachen, die mich sagen lassen, schade, dass der Drehbuchautor oder wer auch immer sozusagen da jetzt Inhalte Der Regisseur war auch Drehbuchschreiber. Dann hat der es verbockt. Also, es ist auch ganz offensichtlich, das weiß ich auch nach ein paar Minuten, das ist jetzt auch gar nicht, oder nicht nach ein paar Minuten, aber so nach dem ersten Viertel, wenn der Wendepunkt so drin ist, so dann weiß ich, ach so, das geht jetzt auch gar nicht um irgendwas Interessantes in Sachen Geschlechter oder Identität zum Beispiel. Da dachte ich, dass das da auch eine große Rolle spielt. Das ist wirklich nur ein Gimmick, so, dass die das machen. Und es ist für die Erotik. Ich finde, das macht eine Menge Erotik zwischen den Leuten. Ich finde, das ist sozusagen der frivole Teil, den ich schon erwartet hatte, der sich allerdings eher so ein bisschen flach geblieben ist. Aber natürlich spielte das ja immer wieder eine Rolle, wer guckt da gerade zu wem. Also zum Beispiel die beiden Herren, die die Eleonore begleiten, die sitzen da im Theatersaal und freuen sich über diese wunderschöne Frau und dann ist es ein Mann und dann lacht sich die Eleonore ganz flatt und die Männer so, er ist halt auch ein hübscher Junge. Das sind so, das meine ich, also das macht, also das hat erotische Anspielung. Und ich überlege gerade, sie trägt, trägt sie mal ein Kleid oder sehen wir sie mal im Kleid, unsere Hauptdarstellerin oder hat sie ein Kostüm, ne? Ja, ich überlege gerade, hat sie dann, sehen wir sie da im Kleid oder hat sie eine Jacke oder sowas drüber? Ja, sie hat dann, das ist ein Kostüm, da hat er schon eine Jackett drüber. So, dann auch bei den Auftritten, okay, das nochmal eingeklammert und dann am Schluss, wenn sie aus dem Hotel geht, da ist sie auch nicht im Kleid, aber hat irgendwie sowas an. Also hat frauliche Kleidung, hat ja auch Absätze, Schuhe mit Absätzen und sowas. Ja, aber im Vergleich zu der Lilly, die ja wirklich ja sozusagen wie so eine kleine Mini-Sex-Bombe da so inszeniert und sich selbst auch präsentiert, fällt das schon sehr auf. Also das ist so richtig, also so wie der Film das sonst vermittelt, wie Frauen da auch auftreten, darf Susanne offenbar nur als Rolle auf der Bühne. Das ist, also das ist, ja, das ist nicht uninteressant. Ja, stimmt, also genau. Und sonst, wenn sie eben nicht auf der Bühne ist, ist sie ziemlich unterdrückt, ne? Also sie hat die Haare so total eng anliegen, die Kleidung dann eben auch, den Anzug. Und dann haben wir diesen bösen, bösen Casanova, der darum weiß, um dieses Geheimnis, dass es tatsächlich eine Frau ist und der sie wirklich bis über alle Maßen ja, herausfordert, erniedrigt. Was macht er da? Also es ist wahrscheinlich je nach, je nachdem, wie wohlwollend man dem gegenübersteht oder wie sexistisch man das findet. Aber dafür, dass er das weiß und jetzt muss sie da ihren Mann stehen ohne Ende. Ja, er dreht sie ganz schön. Ne, ich hab am Anfang mir gedacht, dass er total erleichtert ist, dass sie ja wirklich eine Frau ist. Das ja, genau, ja. Also das sah schon so, diese Anlage ist, ah ja, gut, das ist nachher unser Happy-End-Abschlusspärchen so ungefähr. Also sehe ich da auch schon so, dass das jetzt nicht groß in Frage stellt. Oder ich habe nicht damit gerechnet, dass das hier nicht glücklich oder fröhlich endet. Also dass am Ende irgendwie sowas kommt, wie ihr seid beide entlassen und ihr müsst jetzt wieder an der kleinen Bühne 10 Mark am Abend euch verdienen oder so, sondern dass das schon irgendwie glücklich mit der Erfüllung der Liebe enden würde. Ich habe gedacht, er versucht, dass sie die ganze Zeit hier herauszufordern, bis sie von alleine das sozusagen zugibt. Genau, das war ja jetzt sein Plan. Aber ich finde auch diese Hülle fallen lässt. Aber ich fand, ab dem Moment war es für mich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt da und nackt, dass ich es darum wusste auch, aber ich fand, in der Zeit hatte sich auch extrem weiblich präsentiert, die Viktoria selber. Also da, wo ich dann dachte, wie kann ein eigentlich jetzt glauben, dass das ein Mann ist? Also das, ja, mit diesem Nachtlokal, nur diese ganz mädchenhaften Gesten, wo sie dann für zwei überlegt, oh Gott, ich muss jetzt flirten, auch flirten. Und dann diese Panik, wo er sich noch rausträgt, zum Teil, wo sie dann ganz unbefolgt wird. Findest du sie mädchenhaft in diesen Momenten? Ja, ich finde schon, wenn du so reinkommst, diese ganze Mimik, dieses ganze Spiel. Aber das ist ja meist verborgen vor ihm, also würde ich sagen. Also klar, also für uns ist ja sowieso klar. Er guckt ja so rechts so vom 90 Grad Winkel. Er weiß es ja eigentlich auch. Ja, er weiß es ja auch. Und dementsprechend soll das natürlich dann immer sozusagen durchblitzen, bis sie dann wieder in die Rolle fällt und eben ihren Mann steht und das ja auch mit Bestnoten quasi ja macht. Was auch immer das dann bedeutet, wenn man diese männlichen Rituale so durchstellt. Leute kamen nicht männlichen Ritualen. Das ist der Schlag. Mit der Pfeife ordentlich einen rauchen und auch das, die Schlägerei auch wieder sehr interessant gefilmt, so mit den Umschnitten. Der eine fällt, der andere kommt nach vorne und so. Genau, aber dass sie da sehr das alles mitmacht, einfach um dieses, dieses, ja, dieses Scharade aufrecht zu halten, aber sich natürlich auch sie sich zu ihm hingezogen fühlt und ihm ja auch irgendwie gefallen will, was ja eigentlich ein völlig unlösbares Dilemma dann darstellt. Sie will ihm gefallen, aber es könnte höchstens eben auf einer freundschaftlichen Ebene sein, obwohl es ja von beiden Seiten diese tiefe Liebe anscheinend ist. Ich habe auch nicht verstanden, warum, also ich, also muss man so, er wird ja nicht so als Casanova dargestellt, die ihm die ganzen schick gekleideten, eleganten und auch leichter bekleideten Frauen sich permanent an den Hals werfen und ihn werben und sie ist ja natürlich mal ein ganz anderer Fall, den er vorher noch nicht hatte in seinem ganzen Werbe, in der ganzen Geschichte des Werbens. Aber tatsächlich habe ich so gedacht, na was findet er jetzt seine Erfüllung in der Komik, weil er macht sich ja, sag mal, indem er sie herausfordert, hier wie zum Beispiel, indem er sie sofort zum Whisky auffordert und immer wieder neuen Whisky bestellt, obwohl sie schon so eine Bauwurst backen hat. Weil da weiß ich es noch nicht, das ist die erste Begegnung, weil das kriegt ja erst danach mit, wenn sie dann zum Zimmer gebracht werden. so bei der Pfeife und die ganze Zeit mit dem Rasieren, also da ist er ja nie mitgemacht, also solche Sachen, da lacht er sich ja wirklich ins Fäustchen oder ins Handtuch und hat da richtig Spaß dran und da frage ich mich so, ja, aber wann ist er ihr denn verfallen? Weil die haben, letztendlich gibt sie ja persönlich gar nichts, gar nichts Preis. Sie imitiert ja ihn nur die ganze Zeit. Heißt das jetzt, dass er in sich selbstverliebt ist oder? Hm. Ja, aber die ganzen Frauen in Londons, die waren nie ihre ausreichend für ihn und auf einmal kommt jetzt eine, die hat sie die ganze Zeit versucht in ihrer Karriere zu verbergen, dass sie eine Frau tatsächlich ist und auf einmal, nur weil er das rauskriegt und sie tritt und sie das ganze Spiel mitmacht, verliebt er sich in sie. Also das ist schon fraglich tatsächlich und wenn wir jetzt um das Kopieren der Sache selbst gehen, jetzt kopiert sie den ganzen Habitus der ganzen Herren um mitzumachen und nicht aufzufallen, aber wäre es nicht männlicher, wenn sie mal sagen würde, nö, ich will das jetzt nicht? Also wenn sie sich mal selber ab, also wenn sie mal nicht als Schäfchen mitmarschieren würde? Sie kann doch als Mann ihrem Mann stehen, also wenn jetzt in den Frauenbilden nicht viel zählt, aber der Mann schon. Wie hoch kann man denn noch geben, was man Nein sagt? Also man kann doch mal sagen, ich will kein Whisky oder danke, reicht mir oder was weiß ich was. Man muss doch nicht alles mitmachen. Ja, ich denke, ihr Eindruck ist, oder das ist in der Hinsicht vielleicht nicht besser, weiß, dass sie denkt, man muss das eben so mitmachen, also einfach dieses, ich muss das immer mitspielen und mitmachen, damit meine Tarnung nicht auffällt. Also quasi um keinen Preis auffallen, im Sinne von, wie sie rauchen, sie rauchen jetzt keine Pfeife, was sind sie für ein Mann so ungefähr, dass man da irgendwie sofort verdächtig oder infrage gestellt wird, weil das gehört einfach dazu, zu dieser Rolle. So muss ein Mann sein, sonst ist man eben nicht der Mann. auch wenn vielleicht diese als andere das Nein sagen, vielleicht auch eine männliche Eigenschaft dann wäre, die man da mit verbindet. Ja, und ich finde, das ist eine verpasste Chance in der Idee von diesem Film. Also das ist vielleicht auch eher ein Symptom seiner Zeit, dass bestimmte Dinge gar nicht, also dass das schon eine Menge war, was der Film gewagt hat und ich sozusagen jetzt mit dem Blick von 2018 darauf schaue und denke so, oh, ist ja niedlich so und, aber wo ist denn da jetzt der Konflikt der Frau? Ist doch eigentlich total spannend, dass die gerade als Mann so attraktiv auf Frauen ist. Jetzt ist das natürlich auch ein bisschen nervtötend eigentlich, dass alle Frauen in diesem Film ja wirklich, also nichts anderes können als Männern sofort verfallen so, und sofort alle ihre aktuell laufende Beziehung infrage stellen. Weil natürlich da, ja, mich auch dann, oder, ja, ich wollte nur sagen, also, ich habe das Gefühl, äh, da, da fehlt mir einfach auch wirklich was so in dem, also genau, wie geht das denn, also, äh, einer Frau, die sozusagen das jetzt mal diese, diese, so Männerdomänen ausprobieren darf, ne, wie fühlt sich das an, also sozusagen vielleicht mit so einem Machtgefühl oder einem Stärkegefühl und da finde ich sozusagen, gibt es ein paar Slapstick-Momente, also wo das für einen Gag gut ist, da kommt es auch so und das sitzt auch ganz okay und ich denke so, ach schade, da wäre noch in der Entwicklung was möglich und dazu gehört glaube ich auch, also in der Tiefe sind die Figuren gar nicht irgendwie ausgelotet und deswegen machen diese ganzen Beziehungen, die am Ende als schöne Beziehungen dastehen, gar nicht so viel Sinn und ich weiß genau wie du, Kalli, nicht, wann sich der, äh, äh, der, der eine coole, der Clark-Gable-Typ jetzt, äh, wirklich verliebt so, ne, also ich finde die ganze Zeit, der spielt ein Spiel und am Ende soll ich es aber glauben, ist ganz komisch. Also was ich mich gerade frage ist, also wenn wir gerade diesen ersten, diese, diese Bar-Szene haben nach dem Auftritt in London, wo alle Frauen, egal welchen Alters, die halt anstarren richtig und, boah, wir sind ihr verfallen sofort, wir möchten eigentlich uns unser Kleid vom Leib reißen hier und auf den Tisch werfen, soll sie mich als Hauptgang nehmen, ähm, ich mag es genau schöne Dinge sein, Ja. Also, dass ich dann überlege, was, warum starren die den an? Ist das jetzt wirklich so, na, wir gucken mal, was sind das für Männer? Die Männer sind irgendwie alt, sie sind, äh, also was, wo ist der Unterschied zu dem, zu dem scheinbaren Mann, den sie jetzt sehen? Ist eben jung, äh, adrett, sehr, sehr sportlich, schlank, aber ist ja auch nicht so groß zum Beispiel oder ist es eben doch die, die, äh, ja, mögliche Homosexualität oder so, dass man doch irgendwie sich selbst dann da gespiegelt sieht, wir haben ja auch eine, eine Gesangsszene zwischen Viktor und Viktoria, wo beide, äh, über den Spiegel zu sehen sind oder beide Gesichter dann jeweils, äh, in den Einstellungen über Spiegel zu sehen sind, nicht direkt, wie sie angucken, sondern in dem Spiegel sehen, ähm, wie, wie es da sozusagen, fühlt man sich da sozusagen doch unbewusst oder wie auch immer von etwas angezogen, was man dem eigenen Geschlecht zurechnet, sozusagen, ähm, ja, das wird natürlich in diesem Film nicht ganz bis, zum Letzten ausbuchstabiert und vielleicht dichte ich es auch sehr doll da rein, aber, äh, das ist das, was mir bei dieser Szene dann auch so, äh, durch den Kopf schießt, so ein bisschen. Ja, mir wird das auch immer bewusst, das ist ganz schön präsent im ganzen Film, dass die meisten, also wirklich mit Abstand, die meisten Männer, das sind eher, also wenig, also wenig, also wenig fühlige, äh, kreative und, und, und attraktive Leute, so im klassischen Sinn, sondern die meisten sind eher ein bisschen älter und, und, und irgendwie, also, also die, also nichts von dem, was glaube ich sozusagen an diesem jungen Victoria sozusagen auch anziehend wirkt, also eben all das an femininer Seite, also, also, ja, also wirklich Jugend, Schönheit und, und, äh, so Emotionalität, so das, das strahlt die auf jeden Fall aus, so und das geht den meisten Männern auch sehr auffällig ab, bis hin zu, dass die sich fragen, die Männer so, was, was hat die denn, was hat er dann für einen Schneider, so als, als wäre das eine Frage des Äußerlichen, dabei wissen wir ja, es ist ja auf jeden Fall innerlich schon mal was ganz anders und das ist interessant, ist das noch so eine, ich will nicht gerade, sind die Dreißiger, haut das noch hin mit, dass so nach dem Ersten Weltkrieg da einfach viele Männer, also, dass die ganzen jungen Männer alle auf dem Schlachtfeld geblieben sind und übrig geblieben sind, nur die, die, das haut ja nicht so ganz hin, die sind ja auch schon ein paar Jahre gegangen. Naja, 1918 bis 30, ja, 10, 15 Jahre. In jedem Fall, das stimmt, da ist was dran, Max, das ist augenfällig, das, also es gibt wenig, also es gibt, also wer, wer, also bis auf den Clark-Gebel-Typ und Victoria nimmt mir doch jetzt nochmal andere interessante Männer in diesem, also interessant im Sinne von, attraktiv als Lebenspartner, so, die fallen, weil ja, selbst die, die Schauspieler sind ja eher so alte Knochen, so, die dann noch in der Umkleide mit drin sind. Na gut, aber andererseits halt, ist es ja auch bewusst in der Besetzung so gewählt, Natürlich. damit dann, damit dann, ich glaube nicht, dass das zufällig ist. Damit dann tatsächlich die beiden auch nochmal als Traumpaar hervor, also hervorstechend erscheinen. Ja. Also ich würde gerade so, bei den Musikern gefühlen, also bei den Leuten, die die Instrumente spielen, sind sehr viele auch die so, würde ich sagen, in dem Alter so wirken. Ich überlege gerade, der Pinkerton, der ist so mit seiner Art, also das ist jetzt auch nicht, der hat auch ein gutes Übergewicht, aber der wirkt auch sehr, ach, beherzt und der langt auch zu und so, aber sehr, sehr offen. Aber sonst sind das schon eher, so wie du vorhin sagtest, könnte es nicht auch männlich sein, zu sagen, nein, so sind hier die schwachen Männer, die, die eigentlich meistens so ja sagen und alles mitmachen oder über sich ergehen lassen, wie eben zum Beispiel, es ist übrigens ein Duell angesetzt. Ja, interessant, was für weinerliche Männer. Also im Sinne von mal im Such mal einen irgendwie anquatschen, das sieht ja so kurz aus wie, ich setze mich für die Frau ein, so was scheinbar Helden, und das ist schon da ganz schön erbärmlich und wird ja nur noch schlimmer. Ja gut, das ist wirklich nochmal interessant. Ich habe auch gemerkt, dass so wirklich im letzten Drittel, dass es für mich denn schwer wurde, weil ich, die Enttäuschung darüber, dass das so an der Oberfläche bleibt, war groß, dass ich auch nicht mehr so offen war für die Zwischentöne. Und, dass, dass alles so eine Hans Würste sind, die, also auch weder, also die, die vielleicht schnell mal einen Spruch machen und dann aber gar keine, gar keine Kraft da ist und dann natürlich, keiner will jetzt in so einem Kack-Duell sich umbringen lassen, das verstehe ich auch, aber, das hätte ja auch ins Augen gehen können. Ja, ja, gar keine Frage. Es geht ja andauernd in irgendwelche Augen, seine Probeschüttel. Das zeigt ja nur noch deutlicher, wie absurd das Theater vorher war. Dann ist es ja interessant, dass der Clark-Gebel-Typ, dass ja den, also der eine, also der eine, eigentlich die einzige Ausnahme neben der Frau, die als Mann der beste Mann von allen ist so, ist ja der Clark-Gebel-Typ der einzige, der jetzt noch irgendwie eine gewisse Attraktivität ausstrahlt und der ja auch nicht nur genüsslich die Frau sozusagen so zappeln lässt, wo er schon ihr Geheimnis kennt, sondern ja auch die beiden Männer so gegeneinander ausspielt. Aber was das, das fällt mir gerade noch mal ein, bei dem Viktor ist dieser Bogen, das Thema Männlichkeit ja wirklich, bis tatsächlich zum Schluss wird das durchgespielt. Wir haben, wenn wir eben sagen, dieses Duell, wenn er dann die Waffe hat und wenn wir die jetzt als Phallus-Symbol verstehen, er verliert die Waffe, also läuft dann ohne sowas rum, also entmännlicht, um dann aber noch mal von der Polizei bestätigt zu bekommen, vor allem, es ist ein Mann. Oh ja. Das ist noch mal, damit enden wir. Das ist ein Mann. Das müssen wir jetzt noch mal ganz laut sagen und dann fangen auch alle noch mal so halb Singsang an zu lachen und ein Mann. So. Und dann kommt dieses Happy End, was eigentlich, je länger man drüber nachdenkt, wirklich bin ich mir gar nicht sicher, ob das so ein Happy End ist, denn Viktoria, die von Ruhm und Geld geträumt hat, ist jetzt möglicherweise dann nur noch die Hausfrau? Darf sie weiter ihre Karriere haben? Muss sie in London bleiben, obwohl sie vielleicht die Welttournee bevorstand? Die Frage ist ja, wie wollte sie die Karriere überhaupt noch haben? Das war ja auch so ein Ding, das war ja so viel anders ran geknüpft, dass sie ja eigentlich gar nicht in ihrem Leben, dass sie diese Ruhm, die sie hatte, zufrieden war. Das ist natürlich auch nochmal die Frage, wenn jetzt klar ist, sie ist eine Frau, kann sie dann diese Rolle überhaupt nochmal spielen oder ist dann einfach dieser ganze Gag an sich schon weg? Und genauso ist es bei Viktor auch die Frage, jetzt geht er da zwar Arm in Arm untergehakt mit Lilly weg, aber was hat er denn eigentlich? Na gut, okay, er hatte jetzt diesen Auftritt und stimmt, na gut, er kriegt den Vertrag. Ah, okay, er hat eine Karriere vor sich. Okay, ich nehme das zurück, diesen Teil. Aber trotzdem, so ganz hundertprozentig passt es nicht. Ja, also. Ja, aber können ja nicht zwei bei zwei Leute die gleiche Nummer spielen, ne? Also. Ja, ja, naja, Welt ist groß genug. Das stimmt, über Logik kann man das immer erklären. Nein, aber ich habe schon auch das Gefühl, das ist für mich der unangenehme Beigeschmack, so den ich sehr auf die Zeit projiziere, auch, ja, am Ende wird alles so zurückgedreht, wie es richtig ist, so, ne? Also das ist schon doll da und also auch wirklich die gesamte Entwicklungsgeschichte der Frau, die erst als Mann Erfolg haben kann, das ist ja wirklich noch am Anfang eine schöne Idee dieser Filmgeschichte, ähm, äh, als, als, als Victor das dann auch zu ihr sagt, du merkst du es nicht so? Also, du hast als Frau es immer nicht geschafft, so als Mann. Als Mädel. Als Mädel, ja, genau. Und, ähm, und interessant ist ja, dass sie sozusagen in ihrer Performance ja die meiste Zeit ja auch wirklich Frau sein darf, so, ne? Ne, oder unter mysteriösen Vorzeichen und dass das am Ende alles so weit zurückgedreht wird, so, und, und Victor dann auch quasi auch wirklich, also ich dachte übrigens, das endet mit der Pointe, wenn der seinen Auftritt hat als Frau, äh, dass er sozusagen verlacht wird und dann vielleicht später mal auf die Idee kommt, dass diese Lacher was sind, was er sozusagen viel eher, äh, zu seinem Spiel machen kann, ne, als alles andere. Ne, der hat den gleich, also einen noch größeren Erfolg. Das ist ja eigentlich auch Quatsch, ne, weil, also man kann, also alles, was den, was den großen, dicken Produzenten an der, an der, an der Susanne überzeugt hat, ne, weiß ich nicht, was er da jetzt an dem Victor dann findet im Vergleich, aber, ne, das meine ich, also der Film macht das am Ende schön so, wie es richtig ist, oder, also, da hatte ich tatsächlich auf Ambivalenz gehofft, ich dachte, das steckte schon im Titel drin, so, ich dachte, damit wird gespielt, so, aber am Ende gibt es kein, jeder, muss dann jeder in seine echte, vorgesehene Rolle. Ja, Victoria wird, sozusagen, zur Kunstfigur des Victors zurückgedreht, das bleibt so. Und dann kann man das natürlich noch ein bisschen aufregend finden, dass, also ein Mann viel Erfolg damit hat, dass er eine Frau spielt. Mit spanischem Temperament. Aber kann das ja auch kontrovers gewesen sein, zu der damaligen Zeit? Vermutlich ja, vermutlich ja, das meine ich damit, dass ich versuche, das so ein bisschen da aus der Persis zu sehen, das wird eine Menge mit der Zeit zu tun haben und ich wünsche mir Sachen, die wären vielleicht völlig utopisch für die Zeit gewesen. Ich kriege, manchmal habe ich so Klischeebilder der Weimarer Zeit vor mir und ich weiß nicht, was ihr so manchmal so an Geschichten aus den wilden Zwanziger, goldenen Zwanziger, Ja, ja, genau, was da denn so los war und was für wilde Nachtclub-Szenen und so, bloß das mag ja auch alles elitärer Kram gewesen sein, wie so Alltag und Liebesleben ausgesinnt. Ja, keine Ahnung. Also, nur die Kontroverse ist sozusagen im Verlauf des Films, aber am Ende ist die Konstellation eigentlich, jeder, der jetzt die Grenzen überschritten hat, geht wieder an seinen angestammten Platz zurück oder hat ihn vielleicht auch nie verlassen, aber gerade Viktoria ist ja diejenige oder Susanna ist diejenige, die eine Grenze überschritten hat, sie hat, sie ist eine Frau, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt, wie viele Frauen machen das schon, am Ende ist aber ihr Platz an der Seite des Mannes, des Gentlemanes oder des wohlsituierten, guten Mannes und es bleibt so ein bisschen offen für uns, na, ist sie jetzt eben, wie gesagt, die Hausfrau, ist sie jetzt diejenige, die ein Kind kriegt und dann eine tolle Mutter sein wird oder wird sie noch weiter ihre Karriere verfolgen, das wissen wir nicht, das bleibt in der Hinsicht okay offen und für Viktor ist dann aber auch das Ende, jetzt hat er diese Rolle, er hat jetzt seinen Durchbruch, er darf jetzt Karriere machen, jetzt ist er ein Mann, wir kriegen es auch nochmal gesagt von der Polizei, die hatten es gerade gesagt, er ist ein Mann und alle dort, wo er seine Profession ausleben will am Theater, die wissen das jetzt alle, ach, ist er ein Mann, das ist schön, jetzt können wir, jetzt hat er auch dann gleich, dafür kriegt er auch die Frau dann an seine Seite, dafür, dass er jetzt ein Mann ist und Erfolg hat auf der Bühne, er ist also in der Karriere erfolgreich, in der Diebe erfolgreich und damit ist die Geschichte auserzählt. Und damit ist dann quasi die Kontroverse, die innerhalb dieses Films war, denken muss alle, ja, ist irgendwie schon, aber es ist auch gut, wenn wir dann wieder in unser Schema zurückkommen, so wie es sein soll, also das Abenteuer ist jetzt auch vorbei, das muss jetzt keine dauerhafte, keine dauerhafte kleine Überschreitung da stattfinden, gehen wir alle wieder zurück. Ja gut, aber wie ist denn das gewesen zu der Zeit, was dann total verpönt, wenn Frauen auch geraucht haben oder mal getrunken haben, war das nicht erlaubt, also naja, aber wie ist denn das, wir haben jetzt gerade die goldene Zwanzige? Ja, also könnte man dann wieder sagen, ist das die Frau, die sich halt, bei der das dann negativ konnotiert ist, weil sie es in so einem Nachtclub tut oder so, aber es wird auf jeden Fall von Frauen gemacht mit dem Rauchen und Trinken. Ja gut, das ist ja auch vielleicht Rauchen der falsche Begriff, Zigarette haben ja alle geraucht damals, aber vielleicht Zigarre und Pfeife, das ist typisch männlich, vom Ziertyp her. Ja, die Normen und Werte in den Jahren 1920, 1930. Ich glaube, dieser Aspekt hält sich auch bis heute, ne? Ja, das ist ja sowieso, wenn man dann denkt, naja, heute ist das ja ganz anders und dann feststellt, ja, nee, es gibt da noch so Sachen, das sind irgendwie, wir auch nicht weiter. Eigentlich hätte zum Schluss nochmal der Typ vom Anfang auftauchen müssen und zum dritten Mal reinrufen, wir brauchen ein Gesetz dafür. Wo ich mich auch so die ganze Zeit frage so, ist das so eine Stimmung so, vielleicht sogar wirklich gewesen in den 30ern so, wir brauchen hier ein Gesetz, das läuft ja alles aus dem Bruder, wir brauchen ein Gesetz. Gerade in der Kunst, gerade im Bereich der Kunst. Ihr wisst ja, ich höre ja dann in allem immer schon die Ankündigung des Nationalsozialismus und der Gesetz wird so. Ja, naja. Das ist aber immer unbedingt verkehrt, ne? Also es ist 33, also ich habe jetzt den Text, also es gibt bei dieser Ausgabe mit 50 Jahren bei der Monau-Stiftung ein kleines Heftchen dazu, wo dann auch nochmal kurze Texte zu den Filmen und da ist eben auch, dass wohl die Ufa in der Zeit gerade eben ihre Produktion umstellt, dass eben auch bestimmte Leitlinien und Leitbilder und Themen da reinkommt, dass das sozusagen noch so ein bisschen, also behaupte ich jetzt, ne, den Text so halb im Hinterkopf, ein Querschläger ist, jemand etwas, der noch ein bisschen gegen den Strom schwimmt oder noch nicht so angepasst ist, wie manch andere Filme, die da entstanden sind. Also in der Hinsicht mag das so ein Vorausdeuten, ein Ahnen, es kommt was Schlimmes, vielleicht nicht nur in Form eines Gesetzes. Ja und so wie ja Rüdiger Sussland, wenn man das ernst nimmt oder da mitgehen kann, diese Idee, dass eben immer in diesen Filmen natürlich die Zeit ihrer Entstehung einfach drin schlummert, die ist da drin so wie eingeschlossen und die muss man dann auch freilegen, die ist nicht meistens so offensichtlich wie in so einem Satz so, also da ist sie offenbar so und manchmal liegt es noch viel weiter dazwischen irgendwie, ne, einfach nur wie die Menschen so miteinander sind und ich merke, das hat auf jeden Fall ein weiteres Mal dieses Interesse davor, währenddessen, danach im deutschen Kino, das ist wirklich, das ist wirklich interessant, so ist wirklich Spurensuche und das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ja, aus der Ecke kenne ich ja nicht allzu viel, das hat mich auf jeden Fall, also der Film hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt, weiter diese Richtung zu, ja mich auszuprobieren, auch ein bisschen offener zu sein, auch für Musikfilme aus diesem Bereich. Ich muss lustigerweise, auch wenn es jetzt gleich total komisch klingen sollte, an das Buch Jugend ohne Gott von Hörwatt denken, wo ja auch diese Stimmung beschrieben wird, mit der, wie sich sozusagen diese ganzen Nationalsozialismus aufbaut, diese ganze Stimmung, wie das so hinläuft im allgemeinen Jargon in der Schulklasse, auf der Straße, wie sozusagen die Redensart sich ändert, wie die Haltung sich ändert, wo dann halt auch einer gegen die Masse schwimmt und als ja diese Szene war mit dem, ja ich darf für ein Gesetz, da habe ich genau daran immer gedacht, das hat einfach einen negativen Weihgeschmack, zu der Zeit war es wahrscheinlich gar nicht so konsultiert, aber. Vielleicht, vielleicht ja wirklich doch, also ich glaube, wenn jetzt hier schon so mehrere sich so, also ich denke schon, dass das so ist so, ich bin ja immer nur vorsichtig da drin, das sozusagen im Erzählen auch schon so als so eine Tatsache zu behaupten, das darf man ja alles immer anzweifeln, wenn es nie genau wissen können so, aber ja wir brauchen ja wirklich, also wenn man den Fakt nimmt, 33, das ist schon, also ich habe erst neulich erst so Ende 20er, Anfang 30er, so Mitschnitte aus, aus Parlamentsdebatten, also seit 1930 gibt es Mitschnitte, die man heute auch noch hören kann und, naja, also das, das stellt euch einfach nur vor, die AfD hätte dreimal so hohe Wahlergebnisse so, dann sehen Debatten ganz schnell so aus, und also ich meine nur, also es war so, also das war zu der Zeit, ich wusste sogar gar nicht, ja stimmt, 33, und dann sogar schon der Umbau der Ufer, also dann ist doch nur ein Jahr oder im gleichen Jahr Hitlerjunge Quecks gedreht worden und so, also Filme, die viel, viel offensichtlicher schon ganz klar das transportiert haben und mir scheint das wie so ein, also das klingt ja auch wie so ein, ein kritischer Kommentar, also sozusagen ein Filmemacher, der vielleicht das schon light ist, wie jetzt immer irgendwo, da gibt es jetzt ein Gesetz und hier gibt es jetzt eine Einschränkung und das sagt man jetzt so und also Leute, die das schon geahnt haben, also das wäre vielleicht sogar jetzt mal sehr interessant in die Filmografie von diesem Regisseur zu schauen, weißt du das zufällig irgendwas? Nein, ich meine mich aber gerade zu erinnern, dass es darum ging, in dem Text auch zu dem Film, dass da was stand zum Thema eben, ja, also Abstammung, eben Arisch, nicht Arisch und sowas und das ist ja auch das, worauf zum ersten Mal gesagt wird, es sollte ein Gesetz geben, weil es ja darum geht, wer alles ans Theater kommt und wer hier alles vorspielen darf und so und in der Hinsicht würde es ja sehr direkt passen, wenn man schon sagt, mit Gesetzen eben Herkunft oder sonstiger Blödsinn, den man da nachweisen wollte, völlig widersinnig, dass das da eben ein ganz konkreter Realitätsbezug wäre dann. Erinnerst du dich noch an den Namen des Regisseurs jetzt? Reinhold Schünzel heißt der Kollege. Also wie gesagt, das ist so ein Name, das klingelt irgendwie so im Sinne von, ich habe mir bestimmt mal seine Filmografie durchgelesen, ohne dass ich eben was wirklich gesehen hätte von ihm. Was gibt es denn noch für bekannte Filme von 33 und deutschem Raum? Du stellst ja Fragen, also ob wir hier der Podcast für alte Filme wären. Also in dem Heft steht noch ein Film, der heißt Flüchtlinge. Ach, nicht sehr aktuell das Thema. Ja, wann nicht. Ja, aber ihr beschäftigt euch gerade auch aus diesem Bereich mit vielen Filmen. Und unaufhörlich. Oder fangt ihr erst in den 50ern an? Glaube ich gar nicht. Nein, wir hatten ja auch schon Frau im Mond und wir hatten Asta Nielsen in Stummfilmzeiten. Aber wie das immer so ist, es ist einfach noch ein sehr fragmentiertes Bild und es setzt sich durch solche Sachen gerade immer weiter so zusammen. Und dieser, also noch ist es eben so ein Moment von, den Schauspieler haben wir den schon gesehen oder so? Und hast du ihn dann drei oder vier Mal gesehen, dann irgendwann bedichtet sich das. Teilweise ist es ja auch so eine Sache, kann ich die Filme überhaupt zu sehen bekommen? Oder also welche Hürden muss ich da überspringen, überwinden? Das ist ja zum Beispiel eine Epoche, wo ich ja persönlich gar nicht mal so gucke. Das liegt aber nicht an der Epoche selbst. Du hast vorhin was vom Winde verweht gesagt. Vom Winde verweht ist 39. Das ist ja nur Klassikolivor. Das zählt ja nicht. Naja, aber es ist, von der Zeit her ist es nicht dran. Da bin ich ja auch mit aufgewachsen. Und wie viele Leute sind mit Filmen von 33 bis 45? Ich glaube, von Winde verweht ist jetzt ein dopes Beispiel. Ich glaube, da hat mindestens jeder, den ich kenne, einmal schon mal gesehen, wenn er nicht durchgehalten hat. Aber so reingeholt wird auf jeden Fall. Außer du jetzt vielleicht. Übrigens, da er jüdische Abstammung ist, der Regisseur, ist das ja gerade ganz spannend. Seine Filme hatten einen solch großen Erfolg in den 30ern, dass er den Titel Ehrenaria verliehen bekommen hat von den Nationalsozialisten und deswegen trotz seiner Abstammung noch ein Weilchen Filme machen konnte. Mehr kann ich jetzt ja auch nicht so mal eben querlesen. Da stellen sich bei mir die Nackenhaare vor ekel. Ja, ja, ja. Und die Filmografie ist sehr groß und hat dann in den 40ern einen abrupten Bruch und dann taucht er tatsächlich auch als Schauspieler bei Hitchcocks Notorious dann nochmal wieder auf. Also ich glaube, für den Schlünzel, Schünzel, Schreinholz-Schünzel. Schünzel, genau. Da schauen wir auch so wie so oft. Irgendwann muss mal bitte jemand unserer Hörer oder Moose das zusammenschneiden, weil immer wir gesagt haben, da müssen wir nochmal. Da werden wir. Da werden ganz sicher. Gleich nächste Folge. Es geht hier glaube ich weniger gerade um eine Ankündigung für nächste Folgen, sondern eher für ein gewecktes Interesse, wie das immer so ist. Ja, verdammt. Das ist übrigens auch mal mein Modus für einen Film, den ich ja jetzt gerade sozusagen aufgrund der genannten Sachen dann am Ende doch also so durchschnittlich interessant fand, so merke ich, dass das sofort mein Umschwenken ist, um mich da jetzt nicht aufzuhalten, dass ich das Drehbuch jetzt nicht so aufregend fand, fange ich an. Und welcher Kontext? Wer macht den? Also sozusagen ist wieder eher als Zeitreise-Instrument zu benutzen und da gibt er eine ganze Menge her und ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Film. Ja, also ich finde ihn auch sehr kurzweilig, muss ich sagen. Und ich habe auch überlegt, welche aus dieser Zeit ungefähr, was würde dich reizen, was kennst du, was möchtest du jetzt irgendwie auf deine eigene Watchlist setzen? Ja, ich sag dir, was du dir auf deine Watchlist setzt. Ja, Sein oder Nichtsein von Ed Zubic. Ja, genau. Ed Zubic, Sein oder Nichtsein, da hast du das Theater, das Theateraufführung erlebt. Das war seine fantastische Ausführung. Und ich habe auch schon wieder gekannt, es ist ja auch schon aus der Hollywood-Phase von Ihnen, ich glaube es ist ein To Be or Not To Be. Es ist To Be or Not To Be, ja. Also ich habe jetzt vor kurzem im Schweriner Theater, jetzt darf ich das gut sagen, es ist dann, naja, egal. Also im Theater habe ich den Sein oder Nichtsein oder To Be or Not To Be gesehen. Nach dem Originals, also tatsächlich Originalskript von Ed Zubic aus dem Film. Und fantastisch gemacht. Also ich bin ja nun eigentlich, ich bin natürlich für das Rostocker Theater, das muss ich mal betonen. Ach, deswegen. Weil wir ja gerne mal auch gegeneinander ausgespielt werden. Aber das war, das kommt in den nächsten Spiel, das sei normal, wie auf der Ecke ist. Ich kann es nur empfehlen. Das ist ein Stück, was mit ganz vielen filmischen Umsetzungen arbeitet, die ganz untypische Theater sind. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Was meinst du damit? Was sind filmische Mittel? Es gibt gewisse Sequenzen, die man auch vor allen Dingen aus dem Hollywood-Film der 90er Jahre oder ähnlichen kennt. Und die findest du auf einmal auf der Bühne im Theater und wunderschön. Moment mal, es kommt dir bekannt vor und dann baut sich das auf und denkt, krass. Das war so, naja, kriege ich mich auch nochmal reingedremmelt. Nichtsdestotrotz, war ich auch bei der Einführung bei dem Stück gewesen, da haben sie nochmal ganz stark auf Ernst Lubitsch und seinen Kontext selbst zu dieser Zeit verwiesen gehabt. Und das ist eigentlich, dass er sozusagen diese Parodie rausbringen wollte, so wie es auch im Film ist. Aber alle gesagt haben, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. Die Nationalsozialisten sind schon so sehr am Anfang der Stärken und letztendlich war der Film tatsächlich recht prophetisch und drei Monate mit dem Thema entlassen wurde, war es ja schon so, dass dann auf einmal der Überfall auf Polen war. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich hätte ihn jetzt bei 42 verortet, aber ich hätte es nicht Ja, der wurde zwei Jahre, der wurde, glaube ich, 41 gedreht, hat aber auch drei Jahre und hat immer wieder hinterher gemodelt, weil es ein Herzensprojekt war tatsächlich. Dann würde es aber nicht passen, weil Polen, also Beginn des Zweiten Weltkriegs ist ja 1. September 39. Ja, wir können das ja mal, falls ihr das nur mal besprochen habt. Ich habe keine Zeit, ja, bestimmt. Nee, aber genau, ich habe gerade auch nochmal überlegt, Müsste ich jetzt in mein Booklet gucken, weiß ich jetzt nicht. Was noch so in die Zeit fällt, also M, eine Stadt sucht den Mörder, ist glaube ich 31, behaupte ich. Und war Blauer Engel eigentlich, war auch 31, oder? Bei denen haben wir ja Ich kommentiere das nicht. Mir ist nur aufgefallen, bei Blauer Engel war ja sehr, 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 also unüberhörbar, der Ton wirklich ein Problemfall so, also im Sinne von, man merkt ja, wie schwer das noch zu Produktionszeiten war. Und ich ahnte jetzt, ehrlich gesagt, Schlimmes, als ich sehe, ach ja, richtig, ein so früher Film von der Ufer, was wird das jetzt für die Ohren? Und entweder haben die die Restauratoren dort einmal übers Ziel hinausgeschossen, aber das war ein super Ton, also im Vergleich zum Blauen Engel, der auf jeden Fall zeitlich sehr nah auch dran ist. Also ich gestehe, ich habe trotzdem nicht jede Zeile verstanden, gerade auch bei den Gesängen, war ab und zu mal so eine schöne Melodie. Man hat sich dann einiges noch zusammenreiben können, auch weil es dann vielleicht nochmal in Deutsch gesungen wurde, dann später ein Stück. Ja, aber sonst, also scheint mir auch sehr, sehr ordentlich noch da, weil häufig ist ja so dieses, ah ja, das Bild ist neu und da da da, und dann hörst du halt die ganze Zeit nur so knacken und das Hintergrundrauschen und ab und zu spricht aus Versehen mal jemand in dieses Rauschen hinein. Ist auch hier nicht so völlig gelöst, also habe ich auch keine, keine Ahnung von dem Umfang, wie das Tontechnik so bearbeiten, dass das eben toll klingt, verhältnismäßig für unsere verwöhnten Ohren, dass da so mit Sicherheit mehr als genug Arbeit drinsteckt in der Restaurierung des Tons auch. Ich meine, das macht ja die Anfangssequenz auch so beeindruckend, dass das eben nicht nur kameratechnisch ganz schön Wahnsinn, wie da zwischen den Studioräumen da hin und her gefahren wird und durch Türen hindurch, sondern dass da also mit dem Ton so gespielt wird und aber ja offensichtlich auch Originalton aufgezeichnet wird. also das ist ja schon noch die Zeit, wo man die Mikrofone mal hinter der Blumenvase versteckt hat, so wie die dort in dieser Szene mit dem ganzen Kamera hin und her gefahren einen Ton produziert haben, bei dem ich immer das hören kann, worauf es gerade ankommt, dass sogar ein Gag klappt, wie einer singt im Hintergrund und im Vordergrund denkt man kurz, da singt jemand mit und dann doch nicht so, also auch Timing mäßig abgestimmt und gleichzeitig höre ich nicht die ganze Zeit die Kameraleute schwitzen oder die Kamera irgendwo rumpeln, also es ist wirklich eine ganz schöne Leistung. Ja, was muss noch unbedingt gesagt werden? Was hätten wir vergessen? Ich würde nochmal auf die Schussübungen von Dr. Kutz zu sprechen kommen, wo eben die Wilhelm-Tell-Szene ja nachgestellt wird, eben mit dem Apfel, der ja eigentlich vom Kopf geschossen wird, hier dann von einer geöffneten Flasche und wie da dann eben diese ganzen Fehlschüsse, selbst natürlich aus dichtester Distanz, auch da wieder, finde ich, die Kameraperspektiven sind sehr aufregend. Visuelle Komik pur, ja. Und wo er dann alles hinschießt und dann, jetzt bin ich mir selbst nicht mehr ganz her, ich glaube, das ist, wenn er nachher aus der Tür gehen will und der Revolver nochmal runterfällt, wo er sich dann selbst erschießt, im Sinne von seinem Bild, von seiner Rolle, Wilhelm Tell hängt an der Wand und er schießt sich genau in den Kopf eben. Ja, ich glaube hier, oder eine Holzfigur ist da oder sowas, ne? Da schießt du den Kopf ab oder so, ist das? Auch nochmal. Aber eben das, was ich eben, hatte ich irgendwann mal am Anfang gesagt, es geht eben bis zum bildlichen Selbstmord, der hier verübt wird. Ja, wir quasi, also, das ist jetzt wieder so dieses, okay, da schießt er halt, ist halt ein netter Gag, wie er sich quasi selbst erschießt durch sein Bild und dann aber auch diese Überlegung, na ja, was steckt denn sonst noch so dahinter? Also, zertrümmert er damit seine eigene Vergangenheit oder zeigt es nochmal, ist da eben der Kommentar auf das Schauspiel, wo natürlich, wenn er den Tell spielt, dann schießt er natürlich den Apfel weg, aber wenn es wirklich darauf ankommen würde, dann hätte er eben gar keine Chance und ist das nicht eigentlich die große Fähigkeit von Schauspielern, uns das glauben zu lassen, dass sie eben solche Sachen können und es ist halt ein Typ, der nicht mit der Pistole umgehen kann und sich sein eigenes Bild zerschießt. Ich hatte mit dem Charakter, also mit dem Victor hatte ich so einen Großteil Mitleid gehabt, also das war für mich eine, der es nicht weit gebracht hatte von Anfang an, der sozusagen nicht gecastet wird, der sich seine eigene Welt erschaffen muss, dass er sich alles schönreden muss, dann hat er, dann entwickelt er endlich ein Konzept, was funktioniert, dann trifft es aber jemanden anderen, der es gerade darstellt, der ist auch wieder nur ein Zuschauer während des ganzen Gestus, dann verliebt er sich die eine Nummerngirl, dann die das versetzt ihn, dann macht er sich noch lächerlich, dann wird er zum Duell rausgeführt, also der tat mir einfach nur leid vorhin für die ganze ganze Tue. Dann bereitet er sich moralisch drauf, er muss es machen, dann kommt sie an, sagt, die Brüder sind so schnell. Herrlicher Wort, bisher, also auch da funktioniert das dann mal, wenn das Drehbuch jetzt vielleicht nicht so in die Tiefe geht, aber diese Sprüche und die Wortwechsel, finde ich, die kommen immer wieder sehr schön pointiert rüber. Aber weil du sagst Mitleid, da überlege ich halt gerade, ist es nicht einfach, dass er sich irgendwo selbst im Weg steht, weil wir erkennen ja natürlich mit dieser Außenperspektive, der würde natürlich gerne die ernsten, die großen Rollen spielen, die Weltliteratur, die große Dichtkunst, die Lyrik, aber eigentlich ist er ja wirklich geschaffen für die Komik. Das ist das, was er gewollt, ungewollt, wo er das Talent hat, da kann er die Leute überzeugen, also da, damit kriegt er doch alle, immer um, wenn er dann anfängt, das Wort Idiot in tausend Formen und Farben da hinzuschmettern, dann lacht der ganze Saal, also das, dass er einfach selbst noch nicht gemerkt hat, er möchte quasi ganz groß rauskommen, als der, der ernste, angesehene Schauspieler, aber vielleicht wäre er ja auch angesehen, als nicht in der ernst, in der ganz ernsten Rolle eben des Komikers, was ja dann am Ende auch so eintritt, dann hat er eben den Erfolg und damit endet das ja dann auch diese Geschichte. Aber diese ganzen Stile wurden dargestellt, weil das ja so komisch ist, vor allem über ihn lachen, das war so ein Humor, der bei mir selber gar nicht gewirkt hat. Und war das für dich dann auch eher ein Auslachen oder war das, also über ihn lachen oder mit ihm lachen? Naja, das kommt drauf an. Das mit dem Idiot, da habe ich so gedacht, wieso lachen die jetzt? Wird sich das auch nicht? Das muss eine Zeitgeist-Sache sein, denn das am Schluss, das war schon so ein bisschen so über ihn lachen, weil er sich gebacken gekriegt hat oder weil sie mit lachen, weil sie dachten, das ist einstudiert, kannst du auch das kann mal drehen und wenden wie ein Dachdecker. Und am Anfang, das ja, da habe ich das erste Gefühl, die fand ich ganz schön genervt. Weiß ich nicht, also ich fand den Humor, also wo er mich zum Lachen gebracht hat, waren zum Beispiel Sachen wie die Cheese-Übung, ähnlich, was dann im Film halt eingebaut ist, aber was sozusagen im Film so eingebaut war, dass er andere Leute zum Lachen bringt und die dann alle lachen, das fand ich persönlich nicht gewirkt, das fand ich nicht witzig. Die Idiotenszene fand ich jetzt nicht zum Lachen. Das ist vielleicht ein abgeschumpftes Noor von der heutigen Zeit, aber da ist es so, warum lachen die jetzt? Warum lachen die dann immer noch? Oh Gott, jetzt lacht die schon wieder. Das ist ja voll Simpsons-mäßig, ey. Ach naja. Wie ging es dir da, Christian? Ja, ich glaube, ich hatte auch eine Irritation, weil ich dachte, also ich habe die ganze Zeit ja immer auf sozusagen das große Versagen von Viktor gewartet. Ich glaube, ich war da gefühlsmäßig eher so beim Blauen Engel und so dramatisch ist es ja bei weitem nicht geworden. Okay. Also ich kann verstehen, glaube ich, dass man sagt, oh, der arme Typ, dass man irgendwie so Mitleid entwickelt, aber ich denke halt so, ja eigentlich, er muss für sich selbst eben eigentlich diese Erkenntnis kriegen, auch wenn er diese großen Rollen verfolgt, aber nein, er hat halt, sein Talent liegt woanders. Als Schauspieler ja, aber eben nicht oder vielleicht auch in den ernsten Rollen, aber das kriegen wir eigentlich nicht gezeigt. Wir kriegen eben gezeigt, dass er die Komik, die beherrscht da, das ist sein Pfund. Ich habe übrigens auch gedacht hier, so wie du gedacht hast, er scheitert kläglich, habe ich mal darauf gewartet, dass die Viktoria in einem ganz unschönen Moment ganz demütig enttarnt wird von der großen Gruppe. Ja, das stimmt, man darnt ja fast schon, als würde der Clark-Gebel-Typ, ich kann mir auch nichts anderes mal merken, als den zu bezeichnen, sehr treffend, dass der genau sowas vorhat. Also bis der sich dann outet als verliebt, hätte er ja auch sich outen können, als ich, ich führe dich jetzt vor allen Leuten vor. Soll ich mal ganz ehrlich sagen, was ich gedacht habe, das erste Mal, nachdem er gehört hatte, naja, dass sie tatsächlich eine Frau, dieses Grinsen und dann ging er so entspannt weg und dann auch gesehen, wie sie hinterherguckt. Da habe ich noch so gedacht, gut, am nächsten Tag kommt er dann an, das hat er ja auch gemacht und dann sagt er, so, ich lasse euch jetzt auf, nicht erpress euch jetzt. So was habe ich gerechnet. Ich habe so gesagt, was kommt er jetzt hier mit dem Duell um die Ecke, hat er einen Knall. Genau, ich dachte, das Duell ist Teil des Plans und so. Dabei verfolgt er zwei Sachen gleichzeitig. Er will die Männer vorführen und er will noch ein bisschen die Frau zappeln lassen, bevor er ihr die Liebe gesteht. Also wirklich ein Widerling und das wird keine glückliche Beziehung. Ich habe auch gedacht, da will er jetzt die Männer vorführen und da will er jetzt einfach sozusagen genug Zeit haben mit der Lütten alleine, weil er denkt, der andere hängt ihm die ganze Zeit an der Backe. Das ist auf jeden Fall der Nebeneffekt. Er fühlt sich auf jeden Fall sehr überlegen. Das lässt er auch nicht aufhängen. Ist er ja auch. Ich meine, sie macht ja auch riesen Tricks. Ich meine, sie läuft ja eben nach wie so ein kleiner, das hat man gleich im ersten Moment ja gesehen, wie so ein kleiner Welpe. Also Frau ist selbst schuld, meinst du jetzt? Naja, ich finde schon, dass sie so ein bisschen naiv doof dargestellt wurde. Hätte man auch schicker lösen können oder elegante. Ja, ja. Also sie war ja auch die erfolglose Schauspielerin bis dahin. Deswegen ist dieser ganze Ruhm und so, das ist auch für sie, muss man erst mal verarbeiten. aber sie war auch bereit, nur weil sie sich in London auf der Bühne stieg. Wenn ich einmal jemanden verliebt hätte, sofort dieses ganze Ding wegzuwerfen, auch mit Kontraktbruch und allem. Ja, sehr konsequent. Also muss man natürlich dann, das ist natürlich so quasi die filmische Zuspitzung, damit nochmal der große Moment kommt, oh Gott, jetzt sind wir aber alle gespannt. Wie könnte das nur ausgehen? Werden sie noch zueinander finden? Ja, war das dann zur Zeit so, wenn du dich verliebt hast und dann hast du gleich geheiratet? Also das war doch gar nicht, auch nicht mehr so. Es braucht mal die und die oder was. Ich würde behaupten, die behauptete Norm wird das noch gewesen sein. Die Realität wird sicherlich anders ausgesehen haben. Ja, Künstler waren schon immer anders. Aha, das könnte man nochmal erörtern, warum die Künstler scheinbar so anders sind. Ich glaube, da verbindet uns immer ganz viel mit denen, aber man findet ja mal so unterschiedliche Ventile, wie man denn das Gleiche anders ausdrückt. Und das lässt einen dann vielleicht anders aussehen. In meiner kleinen Liebe für Spezialeffekte möchte ich noch kurz erwähnen, wenn wir die Montage haben, wenn sie einen Vertrag unterschrieben haben und dann ins Glück reisen und wir da Überblendungen und Zusammenschnitte haben, wo ich erst so denke, oh, das sind ja richtige Straßenzüge und dann wären es plötzlich Modellbau-Häuschen und die fand ich total süß. Ja, so mit diesen ganzen Neon-Zeichen. Oh Gott, das bin ich nicht aufgefallen. Doch, ja, ein paar sehen noch richtig gut aus und da glaube ich auch, das ist schon irgendwie mindestens eine Studiokulisse, die abgefilmt ist oder so und dann kommen aber wirklich so im unteren Bildrittel einmal so plötzlich so richtig schöne Papphäuschen, wo auch irgendein Monster von Ray Harryhausen gleich durchlaufen könnte und die zertrümmern könnte. Aber das war wieder so ein, oh ja, doch, das mag ich, so mag ich das. Das ist mein... Ich muss nochmal jetzt nebenbei eine andere Frage in den Raum werfen. Meint ihr, dass die Eleanor den Antrag von Douglas jetzt annimmt, wo ihr der andere Kavalier jetzt in einen anderen verliebt ist? Ich glaube, die holt sich den nächsten Toyboy dazu und so was noch ein bisschen. Bleibt auch bewusst offen, denke ich auch. Das wird nicht entschieden. Hatte ihr das Gefühl gehabt, dass sie auch, dass sie denn doch weiß, dass es auch eine Frau ist oder dass sie da eingeweiht war in dieses ganze Geheimnis? Nö, ich glaube, die war auch ernsthaft überrascht. Und also ich hatte da tatsächlich zum Beispiel auch gedacht, dass die sich wirklich nochmal viel näher kommen würden. Das sieht ja für einen Moment auch so aus. Vielleicht ist das eben wieder für die Zeit ist das schon sehr toll. Ja, das stimmt schon. Was für uns jetzt relativ zahm wirkt. Die hören natürlich ständig und täglich nur gleichgeschlechtliche Liebe direkt vor unseren Augen sehen. Man fragt sich dann immer, war das so, hat so eine Elite sich sozusagen so zum Tee eingeladen und dann sitzt man aber auch total angestrengt so beim Tee und darf sich jetzt auch nicht so doll so zu nahe kommen und muss es dann immer einen Unfall geben? Ist man dann immer versehentlich auf die Frau draufgestolpert oder hat die Frau auf den Mann? Also es tut mir auch ein bisschen weh, das so zu sehen, wie sozusagen, ja, also das ist schon voller Lust, als sie ihn da, sie, sie, wie ist es, anruft und zum Tee einbestellt. Also da hättest du mich jetzt auch, also sieht ja auch so aus, eher wie so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Bademantel oder nicht ein Bademantel aber so ein Schlafanzug eher so. Also genau, das kann man sich vielleicht mit einem Ruck auch so vom Leib reißen. Aber weil das nicht passiert, liegt da drauf irgendwie auch so eine Schwere so. Also wenn ich vorhin von so einer Erotik gesprochen habe, dann ist das ja nur diese Flirt-Erotik. Passieren darf ja richtig doll gar nichts so. Also da wird auch Wurde eigentlich geküsst? Haben die beiden, Lilly und er sich kurz geküsst oder so? Warte mal, Lilly und Victor würde ich jetzt nicht sagen, aber die anderen beiden hatten sich ja direkt, als er fertig ist mit seiner Performance, dreht er also den, den Vorhang einmal so rum. Aber noch ganz kurz, diese Erotik, Interessant, das muss versteckt werden so. Die Erotik, die kurz in der Luft liegt, wird ja dann mit diesem, wie Butler James hier bei Dinner for One, dann kommt er da rein mit diesem Tee, Kanne und wir verfolgen ihn, wie er durch den ganzen Raum geht, den Tee einschüttet, nochmal einschüttet und wie er dann weitergeht und die Kamera folgt ihm dann auch nochmal. Also wie auch das so quasi die Spannung auf die Spitze getrieben wird, in Anführungszeichen. Also auch da eben das nochmal, wenn es passiert, dann auf gar keinen Fall vor den Augen von irgendjemand anderem. Und in so einer Welt ist das schon was sehr Faszinierendes, so dass sich ein Film sozusagen so in der Komödie, in der Musical-Komödie darüber Gedanken macht, wie das so ist, auf welche Art man sich pur ausdrücken kann. Also in welche Rolle kann ich schlüpfen, um mich, um sozusagen etwas auszuprobieren, was ansonsten gesellschaftlich der Norm einfach nicht möglich ist. Also insofern steckt da glaube ich was drin so, aber ich merke, das ist alles so doll gedeckelt so, das platzt nicht so richtig raus. Ich merke, ich bin auch neugierig geworden auf die Verfilmung von Blake Edwards, wenn das tatsächlich der gleiche Stoff ist, der heißt auch Victor Victoria, nur mit C dann und ist von 1982 so. Also da könnte natürlich sein, dass das da vielleicht ähnlich aufgegriffen wird und dann sich ein paar Sachen traut, die bis dahin wir Menschen uns ermöglicht haben. Ja. Ich fand das Finale schön, wie sie alle in den Sonntag angeritten sind. Ich hab die ganze Zeit gedacht, als könnte man auch hier dieses Grease-Lead-Wear-Together spielen. Die gehen ja auch alle eingehakt nachher raus. Haben die für diese Aufnahme eigentlich irgendwie die Sitze im Saal alle zugebaut, damit die einmal von der Bühne, weil es sieht ja so aus, als würden sie plötzlich ins Fliegen kommen. Das ist Filmmagie, Christian. Ja. Ne, fand ich auch so kurz, dieser Hintergrund, der da ist, das ist von der Bühne, also müssen jetzt die Bühne gehen und die Bühne, hört die auf? Nein, noch hört sie nicht auf? Immer noch nicht. Naja. Ja, Victor und Victoria. Sehr schön. Das Filmchen. Finden wir jetzt noch heraus, was wir als nächstes gucken. Hängt sehr an unserem nächsten Termin, den wir ja noch gar nicht gemacht haben. Das ist noch viel härter. Bleibt noch ein bisschen ominös. Aber genau, sind ja noch ein paar Sachen im Rennen. Also hat jetzt irgendjemand, wir haben uns ja am Anfang, bevor wir den Film geguckt haben, schon mal so gesagt, was dir ja sich so vorstellen könnte. Max ist jetzt erst mal raus mit einem Tipp, so Kali, das heißt zwischen dir und mir. Es hat sich für dich irgendwas verändert seit dem Anfang? Welchen Film du gerne als nächstes sehen würdest von denen vorgeschlagen? Ja, ich habe ja die langen beiden rausgekantet. Ah ja. Jetzt, jetzt, okay. Ja und ich glaube, ich bleibe jetzt erst mal ganz stur bei dem Bob Fosse, den ich noch nicht kenne. Habe aber auch so gemäht, dass ich heute dann überlegt habe, so, ich kann ja mal schon mal sagen, also ich wüsste gar nicht, ob es überhaupt ein Musical auf der Welt gibt, das besser ist als All That Jazz. Also im Zweifel müssten wir denn sonst den vielleicht auch gucken, damit ihr das auch erfahrt. Dann könnt ihr die anderen auch wieder alle weglegen. Nein, ich kenne ja auch ganz viele nicht und gerade die klassischen Hollywood Musicals, damit verbinde ich also in meinem Kopf so Gigi, My Fair Lady? Ja, My Fair Lady kenne ich, da weiß ich zum Beispiel gar nicht so, aber genau, wäre mal wieder interessant. Nee, mehr nicht. Ich glaube, ich denke, es ist nicht interessant, aber ich glaube, ich müsste es trotzdem mal wieder gucken. Nee, ich denke jetzt gerade an Sound of Music und solche Sachen, also wovon auch schon so geschwärmt ist, da merke ich, das kenne ich alles gar nicht so. Da bin ich auf jeden Fall auch neugierig. Und am Ende habe ich auch gemerkt, wenn immer einer schon sagt, wir müssen den gucken, dann gucke ich immer total gerne mit, weil so war das auf jeden Fall heute auch mit Victor Victoria. Wie ist das gewesen mit The Wiz? Hattest du den jetzt schon gesehen? Ach richtig, nein, den habe ich auch noch nicht gesehen. Den habe ich schon wieder vergessen, aber lass uns den auch gucken. Also ja richtig, The Wiz, richtig, wir wollen uns ja was trauen. Ich glaube, wir werden da eine Menge Spaß haben. Ich glaube, das ist ein irres Ding, also im Sinne von, da passieren glaube ich ganz viele Sachen, die nicht so oft passieren in Filmen, oder? Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass mein Film mir Angst macht. Das liegt daran, dass ich, ich bin ja so ein Zauber von Ost-Fan und ich liebe meinen absolut lieblings Charakter, Vogelscheuche. Ja. Und dass Michael Jackson auf einmal eine Vogelscheuche ist, das ist, das macht mir alles kaputt vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe auch noch keinen Michael-Jackson-Film gesehen, der mich nicht irgendwie verstört hätte. Ich meine, wir haben ja sogar schon eine Folge, in der Michael-Jackson-Vorkamme, Thriller. Also einen Michael-Jackson-Film, dann nur halt ein Vorzeichen. Ja, jetzt oder was? Ja, ja, in dem Videoaufführungsarchiv-Thriller hatten wir uns mal eine ganz kurze Folge zu einem kurzen Film. Wobei gar nicht eine so kurze Folge. Ich kenne den ja tatsächlich nur im Videoclub, aber ich kenne den nicht. Ja, genau, die siebeneinhalb Minuten. Das ist ja, also wirklich, nicht einfach nur ein dreieinhalb Minuten Musikvideo, sondern John Landis. Alles klar. Der mal an mir vorbeigelaufen ist. Weniger Meter in Venedig. Ja, ihr merkt, ihr merkt, also irgendwo da drunter zeichnet sich ein nächstes Musical-Happening in unserer Sendung ab. Also ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor, dass wir mal ein paar Zeithöpe machen. Ja, dann musstet ihr euch ja jetzt entscheiden, oder du musst dich wahrscheinlich entscheiden. das muss ich gar jetzt gar nicht entscheiden. Vor oder nach Christians Film kommen. Wir müssen uns bis zum nächsten Mal entschieden haben. Ja, aber also, genau, mit dem Pussy und dem Wiss und das ist schon noch Ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Ich glaube, wir machen jetzt einfach so Wiss und gut ist. Ja. Das ist ein guter Rahmen dafür. Ja, und also ich finde, also nachdem wir von Sidney Lumet glaube ich bisher wirklich nur die zwölf geschworenen hatten, jetzt mit dem Wiss weiterzumachen in der Reihe, das finde ich. Sidney Lumet, da hatten wir doch auch schon mal. Als zwölf geschworenen habe ich es auch schon mal gesehen, das freut mich. Wenn man nochmal so zurückblickt, so Sidney Lumet, da haben wir schon zwei Filme, zwölf geschworenen und The Wiss. Ja, das tut in mancher Diskussionsrunde, wait, what? Seid ihr denn beim Motorn großartig bewandert? Nein. Ah, das hängt da ja auch noch mit. Ach, das wird schön. Oh, da freue ich mich drauf. Also ich kenne eine Motorn-Doku und das ist sozusagen mein Wissen. Also es beginnt und endet auch da. Und ich merke, dass das eine Musik ist, bei der es sozusagen mir warm ums Herz wird. Ich weiß nicht, ich glaube, meinst du das von in der 70er, Anfang 80er, müsste ich gleich nochmal bei der IMDb forschen? Taucht denn da die ganze Jackson 5 auf in den Filmen? Du, da fattest du auch Diana Ross, da geht alles, alles, das Motorn hier reingesaugt hat, wird in den Film ausgespuckt. Ja, sehr schön. Also ich glaube, wir werden da ordentlich Laune bekommen. Ich glaube, dann bist du das nächste Mal dran, mit der Charity, 60er Jahre ist das oder 70er? 70er, ne? Nichts 60er, ich glaube es ist 60er. Bis zum nächsten Mal haben wir das auch herausgekommen. Was wir dann tatsächlich das nächste Mal gucken und besprechen, das merkt ihr denn, wenn die Folge da ist und ob das in vier Wochen oder früher oder anders ist, das wissen wir auch alles noch nicht so ganz. Mein Gefühl ist, wir produzieren jetzt demnächst mal ein paar Folgen und um über den Sommer zu kommen, sonst wird es hier wahrscheinlich so oder so auch eine Sommerpause geben, die muss es von mir aus nicht geben, wenn wir die Folgen zusammen kriegen, aber wir werden hier auf jeden Fall auch zwischendurch mal die Beine in Wasser oder auf Gräsern baumeln lassen. Helf mir doch mal, diese Sendung zu Ende zu bringen. Ja, wenn ihr noch mehr, wenn euch Musicals toll, wenn ihr Musicals toll findet, euch die interessieren, könnt ihr uns natürlich auch gerne bei Twitter oder auf unserer Webseite euch kenntlich machen. Genau so sollte dieser Satz heißen. Könnt ihr eure Lieblingsmusicals oder dieses Musical werde ich mir nie wieder ansehen. Ich habe es abgebrochen oder sonst wie äußern und uns mitteilen. Ja, ich hatte es schon mal angedeutet, bei Second Unit wurde West Side Story besprochen und noch ein zweites Musical, weiß ich nicht mehr. Und ich habe mal gehört, so inoffiziell verlautbare ich das jetzt einfach, dass beim Spätfilm in Kooperation mit Cinecouch-Mitgliedern wohl auch mal so ein bisschen dem Tanz gehuldigt werden wird. Also auch da... Haben wir jetzt groß... Nee, ich glaube, man darf das schon sagen. Wir setzen die einfach unter Druck. Genau, die haben doch die Regenschüme von Chabot geschaut, oder? Echt? Ja, ja. Cool, den hätte ich auch überlegt. Aber weißt du, was wir ganz vergessen haben zu fragen? Natürlich. Habt ihr ein Lieblingsmusical? Also, ich weiß wohl, dass All That Jazz aus der einen Ecke kommt, aber ich will... Und ich finde, wenn Kalli das jetzt gefragt hat, kann jetzt niemand, der das hier gerade gehört hat, jetzt sich außer Verantwortung stehlen und diese Sendung einfach zu Ende hören und das nicht beantworten. Also nützt mal bitte die Möglichkeit. Für uns ist das auch insofern sehr wertvoll, weil so ein kleines bisschen frage ich mich immer wieder aufs Neue, hören das eigentlich immer dieselben fünf Menschen oder Download-Zahlen sprechen ja dafür, dass ihr eher 100 seid. Wer seid ihr? Was hört ihr? Und welche Musicals mögt ihr? Das wäre schön, lasst uns das wissen. Also ich bin mir nicht sicher, ich werfe jetzt einfach Nightmare Before Christmas und Sweeney Todd in die Runde. Und du? Ach, ich finde das total schwierig. Ich habe Kalli falsch verstanden. Ich dachte, das waren die Zuhörer gestellt. Nein, das waren alle. 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 Achso, ja. Die können nur mich jetzt antworten. Ich glaube, mein absolutes Lieblingsmusical ist tatsächlich Drei Groschenoper. Aber ich weiß nicht, ob ich da den Film auch selber mit reinbeziehe. Das muss ich immer daraus finden. Ja. Ich glaube, ihr fragt mich das zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Ich werde immer wieder was anderes sagen. Jetzt würde ich wirklich sagen, All the Jazz und die Regenstimme von Chabot. Das ist großartig. Also Mamma Mia finde ich auch schön. Also Wicked fand ich schön. Ist ja egal. Auf jeden Fall, ich glaube Drei Groschenoper ist das, was bei mir über alle Jahrzehnte immer die richtige Antwort war. Und wer es im Kino erleben möchte, Musicals, die nächsten Starts sind eben Mamma Mia Here We Go Again. Das ist die neue Verfilmung von Stars Born. Von und mit den Hauptdarsteller vergesse ich direkt wieder. Warte, Bradley Cooper Bradley Cooper und Lady Gaga. Lady Gaga. Der vierten Verfilmung. Und dann kommt eine, wahrscheinlich nicht eine ganze Musicalverfilmung zur Drei Groschenoper, kommt jetzt auch demnächst raus mit Lars Eidinger als Berthold Brecht, wenn ich mich recht entsinne. Es ist also an der Musikfront einiges auch auf der großen Leinwand zu entdecken und sonst beim DVD, Blu-Ray, Händler eures Vertrauens. Eines Tages wird Max eine Auskopplung machen, Erstaufführung. Ja, ich würde sagen, auf Wiederhören. Ja, guckt Filme, habt Spaß dabei. Singt, lacht und tanzt. Ich finde, das ist durch, ne? Ja, achso, ja.